Die Weiten des Weltraums sind unendlich, aber eine Fernsehserie ist es nicht. Dies waren die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das nun Kurs setzt zu seiner letzten Mission. The Way to the Devron System. Meine Damen und Herren, liebe Zugestiegene, herzlich willkommen auf unserer Fahrt ins Devron System. Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Fahrkarten gelöst, denn wir fliegen mit Volldampf dorthin. Zwischendurch machen wir noch einen Zwischenstopp in New Vertiform City, aber dann geht es irgendwann im Juli, wenn wir unsere Final Destination erreicht haben im Devron System. Deswegen ist es sehr schön, dass Sie alle zugestiegen sind. Und hier kommt auch schon der Schaffner, mein lieber Freund Simon. Guten Abend, Simon. Guten Abend. Einmal bitte alle Fahrkarten vorzeigen. Guck mal, die Fahrkarten. Nee, nee, jetzt zeig mal die Fahrkarten. Nicht da aussteigen. Erst will ich die Fahrkarte sehen. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. In unserer kleinen Sonderreihe, die ja unseren Abgesang zelebriert. Also nicht unseren persönlichen Abgesang, das wäre sehr schade, sondern unseren Abgesang. Wir singen ja Star Trek The Next Generation ab. Eine Ära geht zu Ende. Eine Ära im Bereich Star Trek natürlich und auch eine Ära dieses Podcasts. Trek am Dienstag. Next Generation hat uns lange, lange Zeit begleitet. Das begleitet uns zum Glück auch noch eine Weile, wenn ihr das hier hört. Aber wir können das Ende quasi schon riechen. Wir können das Devron-System schon, wenn ich meinen, wer ist das Ding? Fernrohr, Fernrohr, Fernglas. Fernglas, nee, Fernrohr. Fernrohr ist es, das, was die Seemänner haben, dieses Ding, was man so auseinanderfuckeln kann. Und dann siehst du eine Insel. Wir sehen das Devron-System. Wir sehen das. System. Am Horizont sehen wir es. System. Jawohl. Systemisch. Systemisch? Da merkt man es nicht, was man da sagen will. Ich finde bestimmt irgendein anderes Wort. Ja, also diese Reihe hier ist eine Special-Reihe, wo wir ein bisschen zurückblicken, so gesamtheitlich. Auf Star Trek. Erste Folge, also auf Star Trek The Next Generation. Die erste Folge von dieser Reihe habt ihr schon gehört. Das war ja die mit dem Björn. Björn Sülter. Jetzt habe ich ein bisschen gebraucht. Fuck. Eieieiei. Es ist schon wieder spät. Unser lieber Björn Sülter natürlich. Björn Sülter, der Mann, der wöchentlich eigentlich ein neues Buch auf den Markt bringt. Gefühlt zumindest über all diese Serien, die wir lieben. Und heute geht es ein wenig inhaltlich um die Charaktere von Next Generation, Sebastian. Ja, in diesem zweiten Teil, unseres Sechsteilers, machen wir drei Hauptcharaktere auf und einige Nebencharaktere. Und wer das ist, habt ihr schon längst gelesen, wenn ihr die Folge auf eurem Podcatcher runtergeladen habt, denn das steht im Folgentitel. Ansonsten verraten wir euch das noch nicht. Aber es ist natürlich, es ist schon mal wichtig, dass wir nochmal gucken, was so eine charakterbezogene Serie wie die Next Generation mit ihren Charakteren vorhatte. Und dann auch tatsächlich de facto bis heute, Stand heute, wo wir in der Mitte der siebten Staffel hängen, auch gemacht hat. Haben sie das umgesetzt? Haben sie sich umentschieden? Haben sie vielleicht am Anfang sogar einen rechten Schmarrn sich überlegt, was die Charaktere angeht? Das wollen wir mal untersuchen in gleich mehreren Folgen, denn das schaffen wir nicht alles in einer. Aber heute haben wir uns mal drei Leute rausgesucht. Wir haben uns drei Leute rausgesucht und wir haben auch tatsächlich in die sogenannte Serienbibel geschaut. Also in dieses Manifest, was der große Gene, Gene hab ihn sich selbst selig, was der sich so gedacht hat, als er die Next Generation quasi gedichtet hat, am Schreibpult mit Federkiel, hat er natürlich auch die Charaktere entworfen und hat die auch beschrieben. Und zwar recht genau, wie die so drauf sind, wo die herkommen, was die innere Einstellung der Charaktere ist und er hat sogar geschrieben über die Beziehungen teilweise der Charaktere untereinander. Also wie reagieren die miteinander und sowas. Da können wir auch drüber reden, ob das alles dann so stimmt. Und Sebastian, welche drei Hauptcharaktere? Bei einem ist das Wort Hauptcharakter, kann man sich drüber streiten. Aber welche drei Hauptcharaktere wollen wir denn heute mal so durchsprechen? Naja, es war ja schon als Hauptcharakter gedacht. Und allein schon die Tatsache, dass es nicht so gekommen ist, ist ja dann auch ein Narrativ, was wir heute mal aufmachen müssen. Wir schauen heute erst auf Tasha, dann schauen wir auf Jordi, dann schauen wir auf Bill. Und als Sorbet zwischen diesen drei Hauptgängen gibt es dann noch andere Sachen, auf die wir dann noch draufschauen. Das ist ein bisschen zur Auflockerung, da kommen wir dann gleich dazu, wenn das soweit ist. Aber Nummer eins in unserer heutigen illustren Runde ist Tasha, Tasha ja. Schauen wir mal in die Serienbibel. Wie hat Gene Roddenberry sich Tasha ja vorgestellt? Also, sie sollte Sicherheitschefin sein, sie ist geboren auf einer gescheiterten Erdkolonie voller Verbrecher. Sie entkam als Teenager und himmelt immer noch die Sternenflotte an, weil sie das Gegenteil der Hässlichkeit darstellt, die sie als Kind umgab. Also, Tasha kommt aus einer finsteren Umgebung, da gab es Mord, Gewalt, Totschlag, wurde dann im Prinzip ja gerettet von der Sternenflotte und die hat ihr dann eine wunderbare, das Paradies sozusagen. Das Paradies, das Gegenteil der rauen Umgebung und da fühlt sie sich jetzt richtig wohl, da ist sie angekommen. Aber das Gegenteil der Hässlichkeit, wow. Das Gegenteil der Hässlichkeit, ja. Also, das Gegenteil der Hässlichkeit ist ja das unendlich Schöne und damit auch die Utopie, die Roddenberrysche Utopie, die beschrieben wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei unseren Bibelbetrachtungen, was die Charaktere angeht, wir wieder viel über den Gene Roddenberry und seine Vorstellungen auch sprechen müssen, was ich immer spannend finde. Weil das ja so ein fantastisch schillernder Charakter ist. Aber so diese Fallhöhe zwischen hässlich und gefallen und vergessene Kolonie und der idealen Sternenflotte, die angehimmelt wird, dazu zählt ja auch, dass sie ihre Chefs anbetet. Und damit sind ganz klar der Bill und der Jean gemeint. Sie stellt die für sich, so sagt die Bibel, auf eine Art Podest, lässt an die nichts rankommen und macht mit denen schon fast etwas Ungebührliches eigentlich. Ja, wirklich. Ja, schon eher. Diese Ordnung, die sie da auch hat. Sie ist ja jemand, als Sicherheitschef durchaus auch sehr ordnungsliebend. Ja, die guckt, sind alle safe, sind alle sicher. Sie verkörpert so den Schutz der Gruppe, kann man sagen. Und das passt ja zu ihrer Historie, die wir von ihr erfahren. Aber dass sie da, wenn der Jean auf die Bühne wackelt, ja, dass sie da gleich irgendwie macht, das habe ich nie wahrgenommen. Hat die nicht sogar Konflikte gehabt? Nee, auch Konflikte habe ich hier so nicht wahrgenommen. Nee. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, dass zwischen den beiden so ein Vibe ist, zwischen Tasha und dem Jean. Ein Vibe? Ja, so nach dem Motto, wäre ich doch 30 Jahre jünger oder so, dass der sich denkt, das habe ich in ein, zwei Folgen so ganz kurze Momente aufblitzen gemerkt. Ja, aber dadurch, dass sie das nicht ist, ist das eher so ein Vater-Tochter-Verhältnis. So hätte ich es nämlich. Dass aber auf so einer komischen Kippe steht, für mich. Ja, ja. Gut, da stimme ich dir zu. Also die beiden haben auf jeden Fall eine Chemie. Ob die jetzt auch so eine sexuell aufgeladene Komponente hat oder so eine Anziehungskraft, das weiß ich nicht. Das ist ja auch das Problem. Also kaum lernen wir Tasha kennen, ist sie wieder weg. Oder sie kommt irgendwie in anderen Rollen ein, zwei Mal wieder. Aber dass sich das so verfestigt, dieser Eindruck, wie ein anderer Eindruck, den wir später bei Geordi besprechen werden, das habe ich hier gar nicht, dieses Gefühl. Also, ja, mag schon sein. Aber ja, durch diesen Altersunterschied, das klingt jetzt irgendwie blöd, weil das ist ja eigentlich kein Hindernis. Aber ja, er ist ja so ein Protektor, der Jean. Ich habe das nicht so gefühlt, dass er jetzt denken würde, die Tasche. Außerdem steht es auch auf dem Dater heimlich. Ja, das auch. In der Tat, ja, ja. Da zeigt sie auch und darauf, wie sie mit diesen Männern, wie sie über die Typen spricht auf dem Edo-Planeten. Da geht es sofort zur Sache, sagt sie ja dann auch. Man muss nur einmal schief angucken, dann gibt es gleich Remi Demi. Und auch auf dem nicht so unproblematischen Planeten des Lutarn, da sagt sie auch, ein stattlicher Mann ist das ja auch. Also sie isst auch. Das ja. Sie trägt ihren Appetit auch nach außen, sagen wir es mal so. Was völlig okay ist, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist das völlig okay. Warum muss ich das erwähnen, dass das vielleicht selbstverständlich ist, dass das völlig okay ist. Völlig okay, dass draußen die Sonne scheint. Ja, erzähl, warte. Ja, aber eine Sache wollte ich noch zu diesem anbeten, wovor das hinten überfällt. Mir ist gerade ein Moment im Pilotfilm in den Kopf geschossen, wo Q nämlich diese Anklage erhebt und dann sagt, ihr seid Barbaren und ihr seid schlimm und ich werde euch jetzt hier in Sippenhaft für eure Spezies nehmen. Und dann springt Tascha auf und stellt sich so nach vorne und sagt, ich bin in dem Drecksloch aufgewachsen und die haben mich rausgeholt und du müsstest denen hier die Füße küssen, du komischer, dahergelaufener Q oder wie du heißt. Und das ist so dieser eine Moment, wo ich dieses Anhimmeln, diese Idealisierung zumindest darin spüre, dass sie sich sofort auf diese Handgranate namens Q drauf wirft. Passt, ne? Also das passt wirklich zu der Beschreibung, dass sie dann natürlich die Sternenflotte verteidigt, weil die Sternenflotte sie gerettet hat. Ja. Aus diesem Dreckloch. Das ist aber auch was, Sebastian, das ist ja, wenn du vom Pilotfilm sprichst, das ist ja extrem nah an der Entstehung dieser Serienbibel. Da hat man das halt auch wirklich noch als Vorlage verwenden müssen oder wollen. Und ich glaube, wenn man dann so dabei ist, diese ganzen Geschichten zu schreiben, dann geht man vermutlich Kompromisse ein, damit die Handlung irgendwie erzählt werden kann. Dann müssen die Charaktere sich ein bisschen anders verhalten, als es in der Serienbibel steht, damit es halt besser dazu passt, zu dem, was man erzählt. Und dann ist da graduell diese Entwicklung drin, die vielleicht noch nicht mal so organisch ist von den Charakteren oder, was heißt organisch, geplant ist, sondern die einfach so nebenbei passiert aus rein pragmatischen Gründen. Ja, kannst du das noch ein bisschen genauer? Ja, an Tascha fällt es mir jetzt natürlich schwer, das festzumachen. Aber wenn du, da können wir bei Bill, lass uns da bei Bill nochmal drauf zurückkommen, dass wir das nicht alles vermischen jetzt. Aber, ja, das ist aber, wenn wir zu Riker nochmal kommen, dann gehe ich da nochmal drauf ein, wie sich das so vielleicht einfach entwickelt hat, weil man den Riker an gewissen Punkten einfach brauchte, als jemanden, der die Handlung vorantreibt. Und jetzt nicht auf seine festgesetzten Charaktereigenschaften bestehen muss. Mhm. Gibt das Sinn, was ich sage? Können wir gleich nochmal verfestigen. Schauen wir nochmal weiter auf die Tascha. Was steht denn noch so in der Bibel? Ihre Hingabe an die Sicherheit von Schiff und Crew ist beinahe eine Besessenheit. Und das habe ich nicht gesehen. Sie ist immer pflichtbewusst, aber es ist nicht so, dass sie irgendwo sitzt und alles andere vergisst darüber, dass sie die Sicherheitschefin ist. Oder andere merkwürdige Sachen macht, die drüber wirken. Da habe ich nichts zu ergänzen. So sehe ich das, ich sehe es haargenau so wie du. Sehr pflichtbewusst, sehr, sehr pflichtbewusst. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Aber das ist jetzt nichts, wo du denkst, das ist auch irgendwie schädlich für sie. So Besessenheit ist ja eigentlich immer ein bisschen negativ konnotiert. Und das hätte sie ja irgendwie ausgebremst oder so. Das wäre vielleicht was gewesen, was man dann später mit ihr hätte erzählen können. Wenn, ja wenn, nicht Denise Crosby gesagt hätte, wisst ihr was, ihr könnt mir hier alle mal. Ihre Wurzeln, so in der Serienbibel zu lesen, sind in der Ukraine. Und vielleicht ist das auch so. Wo kommen wir ja nie gesagt. Wo kommen wir nie gesagt, mag sein. Sie hat so was Slavisches durchaus. Slavisch, genau, ja. Würde passen. Also ist jetzt nicht völlig abgefahren, die Vorstellung. Spielt aber keine Rolle in ihrer Erzählung. Es wird nie thematisiert. Weil eben, sie kommt ja nicht von der Erde, sondern sie kommt aus dieser Erdkolonie, dieser Gescheiterten. Lies du doch mal diesen Satz vor, Sebastian. Ja, jetzt kommt der Full Roddenberry zum Tragen, wie ich finde. Yes. Das muss er geschrieben haben. Das kann niemand anders geschrieben haben. Klingt da eben, ja. Tasha hat Feuer in den Augen und einen muskulösen, aber sehr weiblichen Körper. Einen muskulösen, aber sehr weiblichen Körper. Na, Jean hat in ihr schon so was, ja, was, ja, eigentlich nicht, doch amazonenhaft, aber auch sehr weiblich. Ich weiß es nicht, aber Amazonen sind ja weiblich. Ja. Ja, sie sollte halt so amazonenhaft drüber kommen, in Jeans Vorstellung. Ja, finde ich auch. Das sind so Sachen, das schreibt er da rein und das bringt für das Finden einer Schauspielerin und auch für die Entwicklung des Charakters bringt das gar nichts. Null. Ja, nicht, dass die einen weiblichen und muskulösen Körper hat und auch nicht, dass die Feuer in den Augen hat. Vor allen Dingen, wie soll das sich darstellen, Feuer in den Augen zu haben? Stehe ich die die ganze Zeit so auf der Brücke? Ja, genau. Dann kannst du die ja nicht ernst nehmen. Ihr lieben Leute, könnt das nicht sehen, aber Sebastian hat gerade so getan, als hätte er Feuer in den Augen. Ja. Naja, er meint das natürlich nicht wörtlich, sondern er meint, sie hat halt eine Kesseart, eine Ausstrahlung, eine aggressive Ausstrahlung. Ja, die kann auch zuhauen. Aber sie ist ja weiblich. Aber sie ist eben, genau, das muss ja auch mal gerne betont werden. Ja, das ist halt, das ist wirklich so Gene Roddenberry und, ja, aber für den Charakter echt nicht wichtig. Für den Charakter. Ja. Nee, immer noch nicht, Simon. Aber du schaffst das noch. Ja, die Qualitäten und die Qualitäten wird auch in dieser Bibel so unterstrichen, sodass man auch nochmal weiß, das bezieht sich auch auf die Besessenheit mit der Sicherheit, aber auch auf den muskulösen weiblichen Körper. All diese Qualitäten werden von den Chefs wahrgenommen, aber der Umgang untereinander ist schwierig, eben weil sie sie wie Heilige behandelt, nicht wie Sterbliche. Ja, haben wir schon gesagt, haben wir jetzt nicht so gesehen. Du hast ja vorhin gemeint, der Jean hat so ein bisschen so ein Draht zu ihr, was das angeht. Data, es geht eher von ihr aus und das ist ja auch die Folge, wo alle trunken sind, ne? The Naked Now. Ja, also. Nee, ne? Oder? Nee. Weil sie selbst keine Kindheit hatte, behandelt sie Wesley wie den wunderbarsten Menschen, den man sich vorstellen kann. Er ist der Kindheitsfreund, den sie nie hatte. Was? Da macht man auch exakt null draus, aus diesem Satz. Also am Ende, wo sie dann verschieden ist und in ihrer eigenen Grabrede auch über Wesley spricht und sagt, ich werde das nicht sehen, dass du so ein stattlicher Mann wirst, von so einem seltsamen Buben ausgehend. Nein, das sagt sie nicht. Aber als sie da den Wesley anspricht, so als Holotascha, da denke ich jedes Mal, krass, die wusste, dass der existierte. Ich habe die nie irgendwie in irgendeiner Beziehung zueinander gesehen. Schon gar nicht freundschaftlich. Einfach nur, die haben so aneinander vorbeigelebt, die beiden Charaktere. Verwechsel ich das jetzt oder gab es nicht mal diese Predigt in Richtung Wesley, diese Anti-Drogen-Predigt? Ja. Kam es nicht von ihr? War da nicht irgendwie sowas? Das kann sein, ja. Dass sie dann so sagt, hier, so hier, Orko, Achtung Orko. Ja, Achtung Orko. Die Moral der Woche kam dann von Toscha in Richtung Wesley. Das war so das Einzige. Aber sie behandelt ihn nicht wie den wunderbarsten Menschen, den man sich vorstellen kann. Nein. Nein, gar nicht. Also, hättest du mir jetzt gesagt, mit wem hat Tascha sich verstanden. Klar, Data kommt einem sofort in den Kopf. Aber Wesley kam mir so ungefähr als hätte es in den Kopf. Weißt du, wer mir auch noch in den Kopf kommt? Worf. Ja. Bei Worf hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die beiden hatten eine Freundschaft, die sich anfing zu entwickeln. Beide sehr ähnlich. So. Ticken beide sehr ähnlich, ne? Ja. Auch aggressive Vorgehensweise eher, ne? Ja, das passt. Ja, soviel zur Bibel. Gucken wir mal auf das Casting der Denise Crosby. Da war ein wenig, gab es ein wenig Wirbel, sagen wir es mal so. Denn ursprünglich hatte man auf die Rolle der Vasquez aus dem James Cameron Film Aliens geguckt. Da gibt es ja diese, ich glaube, Vasquez ist eine der Marines, ne? Ja. Und die hat man gesehen in dem Film, hat gesagt, das ist unsere Sicherheitschefin. Das ist unsere eben nicht Tascha, ja? Sondern genauso wie Vasquez sollte die Sicherheitschefin an der Enterprise auch eine Latina sein und hat eine Matcha Hernandez gesucht. Und die hat so, die wurde gerade gecastet und die Schauspielerin, die man in Erwägung gezogen hat für Matcha Hernandez war Marina Sirtis. Marina Sirtis, die später dann natürlich die Rolle der Diana Troy gespielt hat, die sollte erst die Prototascha Matcha Hernandez spielen. Aber dann drehte man ihre und Denise Crosbys Rolle um, passte die Ethnie und den Charakternamen an und dann ist das eben so gekommen. Dann kam Denise Crosby in die Rolle der Tascha. Also dieser ukrainische, ich meine das ja auch in diesem Tascha, Natascha, ist das ja auch drin. Das hat man dann, hat man sicher schon gesagt, Marina Sirtis passt halt nicht so allein vom Aussehen. Was ja auch eigentlich Quatsch ist, aber es würde halt nicht diesen Punkt aus Jeans Bibel unterstreichen. Ich habe sogar schon mal gehört, ich weiß gar nicht, wie gesichert das ist, dass auch Denise Crosby schon für die Troy angestellt worden war und dass man dann beide rumgedreht hat. Warum nicht, ne? Ja, das hieße, es gibt ein Paralleluniversum, wo das verdreht ist. Ich meine, das gibt es ja sowieso, weil jedes Paralleluniversum mit jeder Möglichkeit existiert. Aber ja, wie wäre das wohl gewesen? Und ich sage dir, es wäre auch gut und interessant gewesen. Und es wäre spätestens dann nochmal interessanter geworden, wenn nämlich Denise Crosby gesagt hätte, wisst ihr was, Leute? Ich habe hier so wenig zu tun als Diana Troy. Ihr müsst Diana Troy umbringen. Und dann stirbt Diana Troy gegen Ende der ersten Staffel. Die Vorstellung ist interessant, ne? Wie hätte man das heute so aufgefasst? Ach, guck mal, jetzt haben sie so einen progressiven Charakter an Bord, eine Therapeutin. Und jetzt funktioniert das nicht, jetzt bringen sie es sofort um. Das hätten die Leute gedacht, weißt du? Das Experiment ist fehlgeschlagen. Das hätten die Leute damals gedacht. Ja, interessant. Die meisten Geschichten, die man mit Diana erzählt hat, hätte man auch locker mit Troy erzählen. Die meisten Geschichten, die man mit Diana erzählt hat, hätte man auch locker mit Tasha erzählen können. Also mit Denise Crosby, du weißt, ihr wisst, ihr wisst doch, was ich meine. Ja, aber auch so ist es irgendwie in Anführungszeichen gut, dass es so kam, weil es viel authentischer ist für die Sicherheitschefin, dass die ums Leben kommt, während sie ihren Dienst verrichtet. Nicht so sehr für die Psychologin, klar. Die kann auch irgendwie, weiß ich nicht, spazieren gehen, in so einen offenen Kanaldeckel reinfallen und dann ist Feierabend. Aber es ist nicht so im Berufsbild verankert, wie bei der Sicherheitschefin. Das ist richtig. Naja, und so kam es dann so, wie es kam. So kam es dann so, wie es kam. Ich finde Tasha echt schwierig. Also nicht den Charakter an und für sich, auch nicht Denise Crosby, auch nicht die Folgen, in denen sie drin ist. Aber sie ist so schwer zu greifen. Also wenn ich an Bill denke und wenn ich an Geordi denke, habe ich sofort Episoden im Kopf, habe ich sofort Szenen im Kopf. Und bei Tasha, und das muss ich leider sagen, haben wir die problematische Folge mit dem Vakzin, an die ich zuallererst denken muss. Also wenn du mit Tasha Ja sagst, dann wurde die Tasha mit Lutans, war das seine Ehefrau? Ich glaube schon, mit Lutans Ehefrau da um die Ehre kämpft, Code of Honor. Die komischerweise auch noch Yarina heißt. Yarina, richtig. Yar und Yarina. Und ihre Konkurrentin, Yarina. Weiß ich gar nicht, ob wir das damals aufgemacht haben. Das klingt wie so eine polyamoröse Reality-Show irgendwie. Yar und Yarina. Ja, schon. Und Lutan. Weißt du, Lutan ist dann der Mann mit den beiden Frauen. No Vakzin. No Vakzin. No Lieutenant, Yar. Es ist eine, also ihr könnt euch unsere Besprechung zu der Folge natürlich anhören, Code of Honor. Wir haben riesen Spaß gehabt, das Ding zu besprechen. Die Folge ist tatsächlich aus heutiger Sicht schon, muss man sagen, problematisch und würde man wahrscheinlich nicht so machen. Und sie ist aber unterhaltsam. Also sie ist sehr unterhaltsam und unvergesslich. Also das muss man schon sagen. Und es liegt jetzt natürlich auch an diesem, an Lutan und dieser ganzen, dieses ganze Drumherum da und diese Waffen und sowas. Es liegt aber auch an Denise Crosby und ihrer Darstellung von Tasha Yarr. Und ich finde sie sehr intens in dieser Folge. Sie ist sehr intensiv. Und es ist halt eine von diesen abgefahrenen, besonderen erste Staffelfolgen, die du heute, äh heute, die du an der Stelle, wo wir jetzt sind, nicht mehr sehen würdest. Dazu sind die viel zu abgebrüht mittlerweile. Die machen jetzt auch wieder Experimente, aber eher in eine andere Richtung. Und das ist halt schon irgendwie was Besonderes. Und das liegt, um es nochmal abzuschließen, wirklich an Tasha Yarr. Das ist eine super Tasha-Folge. Keine besonders gute Folge, aber eine super Tasha-Folge. Ja, das ist die erste Folge, an die du denkst, wenn du Tasha hörst. Das ist für mich die Tasha-Folge, ja. Und dann natürlich ihr Ableben und die Datas. Also diese drei, die ich ja auch schon genannt habe, das ist so das, wo ich an Tasha denke. Und das ist, ich weiß, dass da mehr war. Wie geht's denn dir? Ich hab eine Folge und einen Moment. Ja. Die mir immer sofort in den Kopf schießen, wenn ich an Tasha denke. Ich denke an den Moment, wo sie von Q auf die Strafbank geschickt wird. Und dann ist sie auf der Brücke mit dem Jean alleine und sagt, ich bin ja auf der Strafbank in diesem Spiel. Und wenn der Nächste auf die Strafbank geschickt wird, dann löse ich mich in Luft auf. Und dann hat sie so einen schwachen, zarten Moment, der für sie total uncharakteristisch, aber doch gleichzeitig sehr authentisch ist. Und dann wird sie vom Jean getröstet. Der sagt dann, hier ist alles in Ordnung. Hier darfst du, auf der Strafbank darf man auch traurig sein. Das ist so der erste Moment, an den ich denke. Und das zweite, die Folge, an die ich denke, das ist Yesterday's Enterprise. Das ist keine mehr aus ihrer aktiven Zeit, sondern das ist die Folge, die sie zurückgeholt hat, um dann ihr so einen würdigen Abgang nochmal zu schenken. Yesterday's Enterprise, natürlich eine der besten TNG-Folgen überhaupt. Vielleicht in den Top 5 aller Folgen, die die jemals gemacht haben. Für mich zumindest. Aber lustigerweise, natürlich, klar, das große Ding ist ja sogar, dass wir Tasha wieder sehen in Yesterday's Enterprise. Dritte Staffel. Richtig? Dritte Staffel, Yesterday's Enterprise. Und da war sie ja schon eine Weile weg und plötzlich ist sie wieder da und auf eine sehr kluge Art und Weise zurückgebracht in die Handlung. Aber irgendwie hat sie da nicht so viel Eindruck auf mich gemacht. Irgendwie war so dieser Tasha-Teil der Folge. Es war kein bleibender Eindruck. In der Besprechung sage ich das vielleicht anders, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die Folge, ich habe ja schon wieder, also wir haben ja ordentlich Folgen durchgesprochen seither, das ist ja eine ganze Weile her. Ist von der, also ich habe da keine einzige Szene so wirklich im Kopf aus Yesterday's Enterprise, die jetzt so Tasha zentriert ist. Ich habe die Szenen mit Geinen im Kopf, wo Tasha so ganz normal mit Geinen redet und Geinen sagt die ganze Zeit, ich weiß eigentlich gar nicht, wer du bist, weil eigentlich kenne ich dich gar nicht, weil du eigentlich weg bist. Und Tasha, was Geinen? Ich komme doch jeden ersten Dienstag im Monat, versaufe ich doch hier meinen Sold bei dir. Was erzählst du denn da, du alte crazy hippe du? Und das ist für mich irgendwie eine spannende Szene. Aber ich würde dir insofern zustimmen, als dass Tasha in der Folge ein bisschen rausfällt. Denn tonal und was die Entwicklung der Serie angeht, liegen Welten zwischen Skin of Evil und Yesterday's Enterprise. Das sind gerade mal gute anderthalb Jahre. Aber die Serie hat sich unglaublich weiterentwickelt in der Zeit und sie hat sich auch eigentlich von der Tasha-Ära so weit weg entwickelt, dass man dann Tasha sieht und denkt, die passt da gar nicht mehr rein. Die ist wie so ein Fremdkörper. Aber Tasha ist eigentlich wie so ein Insekt, das eingeschlossen ist in dem Bernstein des utopischen, frühen Roddenberry Next Generation. Da steht sie in so einer Art Roddenberry-Schrein für mich in meinem Kopf. Und in dem Moment, wo der Roddenberry auch langsam geht, ist auch sie gestorben. Das gehört zusammen. Sie ist sehr Roddenberry für mich. Also jetzt habe ich einen salzigen Geschmack im Mund gehabt für die Tränen, die mir gerade hier rausgelaufen ist. So schön hast du das gesagt. Perfekt. Ich würde dir total zustimmen. Tasha ist irgendwie eingekapselt in diese ersten Ära. Und wenn ich jetzt ein Rewatch machen würde und ich wäre jetzt in der ersten Staffel dabei, wäre die für mich total... Ah klar, Tasha. Logisch. Tasha gehört dazu, zu dieser seltsamen Ära, wo der Worf ein rotes Hemdchen anhatte und der LaForge nicht im Maschinenraum war. Aber die gehört dann dazu. Aber jetzt bin ich natürlich gedanklich, jetzt wo wir diese Folge aufnehmen, in der siebten Staffel der Next Generation. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie da jetzt Tasha rein... Also die hätte auch eine Entwicklung durchmachen müssen. Die hätte sich wirklich... Die hätte erwachsen werden müssen. So wie eine Troy das wurde. Also diese Entwicklung, die kann ich... Die fehlt mir einfach in dieser... Da fehlt mir die Entwicklung in der Fantasie. Dabei ist Tasha ja tatsächlich erwachsener, als sie hier in der Bibel geschrieben wird, ne? Die himmelt ihre Chefs an, die sieht in Wesley den Kindheitsfreund, die hat so eine ungesunde Distanz zur Sternenflotte und so. Das sind alles so Sachen, da scheint die Bibel sagen zu wollen, die muss noch erwachsen werden, die muss noch reif werden. Und die Tasha, die wir dann sehen, ist eigentlich schon acht Jahre reifer als das, was die Bibel über sie sagt. Das stimmt, interessant, ne? Also es wurde... Hat er nicht forciert, den G? Nee. Das hat er nicht forciert, dass die Entwicklung auch eingehalten wird. Wie gesagt, kann daran liegen, dass auch Tasha in manchen Folgen, die sich nicht um sie gedreht haben, einfach eine gewisse Position einnehmen musste, um die Handlung voranzutreiben, die eben diesen in der Bibel aufgeführten Charaktereigenschaften nicht unbedingt entsprochen haben. Einfach weil die Handlung das verlangte an der Stelle. Aber mir fällt leider kein Beispiel ein, aber das war so... Gut, mir fällt natürlich ein Beispiel ein, das nennt sich Skin of Evil. Da war klar, ne? Wir haben die Geschichte lang und breit erzählt, könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, wie es überhaupt dazu kam, hinter den Kulissen. Aber die Kurzversion ist, Denise Crosby kam da nicht mehr übereinander mit den Produzenten, was ihre Rolle betraf, die Entwicklung ihrer Rolle und deswegen wurde sie aus der Serie geschrieben, auf eigenem Wunsch. Und das Ergebnis war dann Skin of Evil, eine Folge, wo Tasha einen sehr unrühmlichen Tod stiert. Also kein Heldentod, für all die es jetzt noch nicht gesehen haben, fasse ich das kurz zusammen. Also kein Heldentod, sie wird quasi so im Vorbeigehen ist sie dann das erste Todesopfer von so einem ekligen, schwarzen Schleim. Ja, und das war's dann. Und hat mich so abgeholt, dieser Schleim und die Tatsache, dass da anscheinend jemand Wichtiges gestorben ist, den ich gar nicht kannte, dass ich damit Star Trek Fan wurde. Und das habe ich ja auch schon mindestens 12.000 Mal erzählt. Ja, das ist aber eine schöne Geschichte, die kannst du auch 12.000 Mal erzählen. Ja, toll, ne? Also da an Tasha hängt auch meine Star Trek Fan Entstehungsgeschichte, hängt an eigentlich keinem Charakter so sehr wie an Tasha. Interessant, ja. Interessant. Bei mir ist es der Picard, wenn ich darüber nachdenke. Nicht die Tasha, bei mir ist es der Picard. Da können wir aber noch drüber sprechen, wenn es um den Käpt'n geht, ne? Also ich denke, zu Denise Crosby, rückblickend, coole Idee, hatte nie die Gelegenheit, irgendwie ausformuliert zu werden. Hatte ein paar gute Momente, Potenzial ohne Ende und schade, dass wir das nie sehen konnten. So ist es. Wie das weitergegangen wäre mit ihr. Bleiben wir aber mal in der ersten Staffel und bei Charakteren oder einem Konzept auch, das auf die erste Staffel beschränkt war. Ja, denn das vergisst man schnell, wenn man über Star Trek, über Bermontrek nachdenkt. Das vergisst man schnell. Wir hatten zu Anfang keinen festen Chefingenieur in der ersten Staffel. Stattdessen hatten wir eine Drehtür für mehrere Chefingenieurinnen und Ingenieure. Da haben wir aber den McDougall. Den lernen wir in der zweiten. Die McDougall. Die McDougall. Das ist eine sie. Das ist eine Frau. Siehst du mal, da siehst du mal, dass ich mich überhaupt nicht mehr an sie erinnere. Siehst du, ja. Da haben wir mal die McDougall aus The Naked Now. Die war nicht alleine. Die hatte den fantastischen Jim Shimoda mit am Start. Ihr wisst schon, der Typ, der in dieser einen Folge da die Data Rods aus denen so ein Türmchen baut. Und Jim Shimoda in unserer Lore ist ja immer noch an Bord, oder? Der ist immer noch an Bord und baut Klötzchen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, der überstrahlt auch in seiner Jim Shimoda-Heit die doch sehr gestrenge McDougall so sehr, dass man die dann vergisst. Die ist ja eher wie so eine Proto-Admiral Nechayev. Die ist schon so, jetzt machen lassen sie sie hier mal jetzt. Halt doch mal jetzt. Lass doch mal. Mika, also ja. Mika, jetzt lass doch mal jetzt. Halt doch mal. Eine Folge. The Naked Now. Die zweite Folge überhaupt. Genau. Dann gibt es einen Charakter, der Argyle. Das ist der mit dem Bart, richtig? Dieser Chef-Ingenieur mit dem Bart. So ein bisschen O'Brien-haft. Nur halt mit Bart. So ein Typ ist das, ne? So eher so ein untersetzterer Kerl. Aber brummiger. Brummig, so. Eigentlich cool. Also ein cooler Typ irgendwie. Den nennt man den Mechaniker. Nimmst du dem irgendwie voll ab. Der sieht aus wie so ein Automechaniker, wie man sich den vorstellt. Wir sehen den in Where No One Has Gone Before und in der Folge Data Lore. Ebenso erwähnt wird er auch noch in Lonely Among Us, ohne dass wir ihn sehen. Und Automechaniker ist völlig richtig. Also die zwei Szenen oder so, wo er dann irgendwie mal mit im Ready Room sitzt oder so. Da erwarte ich auch immer, dass der sagt, das wird nicht billig. Wird zweimal kauf, kauf öfters. Aber ich mache ihn das wieder fertig. Ja, genau. So wirkt er, ja. Noch viel krasser, die O'Brien-Parallele ist super. Der ist noch viel härter blue-colorig unterwegs, als es der Meister ist. Es ist auf jeden Fall jemand, ich wäre nicht traurig gewesen, wenn sie aus dem mehr gemacht hätten. Es ist schon interessant, dass wir keinen Chief Engineer an Bord haben, keinen Festen in der ersten Staffel, sondern dass die alle so durch wechseln. Warum wohl, Simon? Das frage ich mich bis heute. Aus der Urserie kennt man Scotty. Scotty als Charakter hat gut funktioniert. Und irgendjemanden zu bringen, der dessen Schuhe füllt, das kann doch nicht so schwer sein. Warum nimmt man dann nur so Gaststars, die dann alle zwei Folgen wechseln? Und, das ist die viel größere Frage für mich, zu Zeiten der ersten Staffel ist Main Engineering auf der Enterprise D das größte Set, das teuerste Set, das aufwendigste Standing Set. Und diesem prachtvollsten Ort an Bord der Enterprise D ist keiner aus dem Hauptcast zugeordnet. Als Zuhause. Da ist niemand Zuhause von unseren neun Leuten. Das ist total irre, finde ich das. Irre. War es auch nie in der Sekundärliteratur irgendwie zu lesen, warum man sich so entschieden hat. Also ich könnte mir schon denken, dass man dachte, das ist ein cooles Gimmick. Ja, dass wir halt öfter mal den Chefingenieur austauschen, dass das so eine fluide Rolle bleibt. Oder vielleicht nach dem Motto, naja, vielleicht finden wir ja einen, den die Leute so mögen oder wo die Chemie so passt, dass wir den dann da lassen. Ich glaube nicht, dass Gene Roddenberry schon gedacht hat, ja, in der zweiten Staffel mache ich den Geordi zum Chefingenieur. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Der Geordi sollte irgendwie der Zulu sein. Punkt. Ja. Oder der Chekhov, weiß ich jetzt auch nicht. Ist egal. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Der dritte ist gar nicht der Chefingenieur, denn unter dem Argyle, also so wie der Jim Shimoda unter dem McDougal arbeitet, arbeitet unter dem Argyle der Assistant Chief Engineer Singh. Und das ist ein doch recht glückloser Genosse, denn in der einzigen Folge, wo er vorkommt, stirbt er auch. Er ist der einzige von den Chefingenieuren, der stirbt. Der wird von dieser Elektroblitzwolke niedergestreckt. Tja, so schnell kann es gehen. Also, den hat es direkt zerrissen. Da brauchen wir auch glaube ich nicht mehr viel drüber reden. Und dann haben wir den in der Folge The Arsenal of Freedom. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. The Arsenal of Freedom. War das die Folge? Der Waffenhändler mit Vincent Schiavelli. Vincent Schiavelli ist dabei, ne? Die Enterprise teilt sich. Der Bill und der Jean sind beide nicht an Bord. Und Geordi. Geordi ist Käpt'n. Geordi ist Käpt'n, richtig. Und dann haben wir den Logan. Und der geht auf Krawallkurs mit Käpt'n Geordi LaForge. Acting Käpt'n Geordi LaForge. Der ist so eine richtige Admiral-Figur in Chefingenieurgestalt. Der will immer wegfliegen und nicht das machen, was der Geordi sagt. Und dann sind die halt tot, die anderen da unten, weißt du. Ja, dass er sonst so ein Admiral machen würde. Macht jetzt da mal einen Chefingenieur. Und der ist auch unsympathisch. Der sieht auch unsympathisch aus. Ja, total. Der sieht mega unsympathisch aus. Man sieht den das erste Mal und man denkt schon, komm, geh. Ne. Ne, Logan, komm, ich diskutiere jetzt nicht mit dir, denkt man. Der könnte in so einem Gangster-Film der 50er irgendwie, könnte der mitspielen. Dem gibt's die Tommy Gun in die Hand. So sieht der aus, wie so einen irischen Gangster-Film irgendwie. Ich finde, der sieht aus wie der jüngere und unsympathischere Bruder von diesem Country-Western-Sänger aus der Folge The Neutral Zone. Da kommt ja dieser Dings da an Bord, wie heißt der noch? Ja, ja, natürlich. Wie heißt der noch mal? Aber der ist cool. Der ist cool, ja, ja. Der ist total cool. Die sehen sich sehr ähnlich, irgendwie, die beiden Charaktere, finde ich. Die sehen sich total ähnlich, ja. Ich hab hier das Bild auf und ich dachte, die fressen Gänse doch. Sonny Clemens. Ja. Sonny Clemens, so. Sonny Clemens. Super Vergleich. Vielleicht hatte der ein Vorfahren. Wir haben sie irgendwie, ja, irgendwie, ne? Sonny Clemens. Wär ja auch mal was gewesen. Der Logan, ne? Naja. Dann haben wir den letzten, aus der Folge Skin of Evil. Eben aus der Folge, in der Tasha das zeitliche segnet. Leland T. Lynch. Und ich hab überhaupt kein Gesicht vor Augen. Ich muss jetzt mal nach dem googeln. Mach das mal. Leland T. Lynch? Der sieht so ein bisschen aus wie der Logan. Nur schmaler. Und nicht ganz so fies. Aber der Leland T. Lynch, der ist ein Treppenwitz zwischen Gerrit und mir. Warum? Weil der ruft irgendwie vier oder fünfmal in dieser Folge die Brücke an und er sagt jedes Mal seinen vollen Namen. Das sagt sonst niemand. Sonst sagen die Leute, this is La Forge oder irgendwie so, ja. Oder Dr. Crusher hier. Oder er sagt immer, this is Leland T. Lynch. T. Lynch, Frau Lynch. Hier spricht Leland T. Lynch. Auch, dass er die Mittelinitiale immer mitsagt, wenn er die Brücke anfunkt. Das zeugt von so einer Art, das lässt den gleich so merkwürdig neurotisch irgendwie erscheinen. Der wirkt wie so, als wäre er so ein leichter Spinner. Nicht unsympathisch, aber ein bisschen ein ulkiger Junge, weißt du? Neurotisch oder narzisstisch vielleicht sogar. Der findet sich ganz schön geil. Das T. Punkt findet der super. Deswegen muss er das immer dazu sagen so. Möglich. Leland T. Lynch. Ich bin Leland T. Lynch. Hier spricht Leland T. Lynch. Telefon Leland T. Lynch. Das wäre doch auch total seltsam, oder? Wenn du dann plötzlich das Initial hörst, ne? Ja. Weil vor allen Dingen auch der Vorname Leland ist schon irgendwie so, dass du denkst, der heißt Leland. So heißt nicht jeder. Dann bei Lynch denkst du sofort an David Lynch oder so. Und dann hat er auch noch diese Mittelinitiale, die er sich von dem Bill und von dem Jim Kirk geklaut hat. Dieses T in der Mitte, was sonst so diesen coolen Hengsten irgendwie in Star Trek gehört. Das ist ein Charakter, der literarisch Arsch treten könnte, ja? Also in Büchern könnte der, das ist so wie so ein Buchcharakter, Leland T. Lynch. So ein Sheriff könnte so heißen oder so ein Cop. Ja, irgendwie so Leland T. Lynch. Oder der böse Industrielle, der, weiß ich nicht, Chef des Autohandels, des Örtlichens. Und der hat aber ganz, Mr. Leland T. Lynch. Der hat dann ganz fiese Matenten, hat der im Keller laufen. Ja, wenn es einen fünften Darkman-Film gegeben hätte, dann wäre er der Bösewicht gewesen. Der hätte dann Leland T. Lynch geheißen. Leland T. Lynch, ja, auch was Comickhaftes, ne? Ja. Aber lassen wir doch mal diese ganzen zweitklassigen Chefingenieure und Ingenieurinnen, ja? Denn das hat ja alles nicht funktioniert. Irgendwann wurde er dann befördert. Der Chekhov und Solo für Arme ist zum Lieutenant Commander befördert worden. Und gleichzeitig hat er die ockerfarbene TNG-Uniform verpasst bekommen und ist dann im größten Set der Herr und Meister geworden, ja? Die Rede ist natürlich von Geordi LaForge. Geordi LaForge. Gene Roddenberry wollte einen Charakter mit einer körperlichen Behinderung. Und dann schlug Bob Justman vor, nimm doch einen Blinden. Und dann hat Gene gesagt, ja, das ist interessant, weil dann setzen wir den da vorne hin, dann fliegt da das Schiff. Und das ist interessant, weil ein Blinder, der nicht in Anführungszeichen sieht, wo man hinfliegen kann, muss zusehen, wo das Schiff hinfliegt. Also man hat da so eine märchenhafte, ironische Ebene eingezogen bei dem Geordi. Was irgendwie total sympathisch ist, finde ich. Ja, interessant, ja. Nur leider hat man daraus nie was gemacht. Nein, nein. Dann müssen wir uns eh drüber unterhalten, über Geordis Probleme. Ja. Wenn man das Problem nennen kann oder überhaupt seine Behinderung. Benannt wurde er nach dem querschnittsgenehmten Star Trek Fan George LaForge, daher kommt der Name, Geordi LaForge. Und beim Casting waren auch, also Tim Russ war im Rennen, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, Tim Russ, warum auch nicht, ne? Aber dass man über Wesley Snipes nachgedacht hat, finde ich bei all dem, was man heute so über Wesley Snipes weiß und was der so gemacht hat, danach finde ich tatsächlich sehr lustig. Ja gut, das war natürlich, bevor Wesley Snipes a thing war. Ich stelle mir gerade vor, wenn Wesley Snipes so als Blade mäßig gekleidet, ja, mit dieser Saison, wie er dann so manchmal guckt so und dann haltet er diesen Visor an, stelle ich mir urkomisch vor. Ja. Wahnsinn, toll. Es wäre ein anderer Geordi gewesen. Es wäre ein anderer, ein völlig anderer Geordi, ja. Er hätte vielleicht mehr Ärsche getreten. Er hätte mehr Ärsche getreten. Ich bin mir nicht sicher, ob Wesley Snipes, der ein durchaus guter Schauspieler ist, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass der den so nett und höflich und zurückhaltend gespielt haben könnte, wie das Lever Burton dann gemacht hat. Gucken wir mal in die Bibel. Natürlich ist er dann nicht als Chefingenieur beschrieben, der Geordi LaForge und auch nicht als Beisitzer vom Data, sondern als Away Mission Regular. Das ist der, den man immer mitnimmt, wenn man auf Landemissionen geht. Da hat er auch da dann auf. Finde ich auch spannend. So nach dem Motto, den triffst du in der Folge zuerst im Transporterraum, wenn sie sich dann alle so im Kreis aufstellen. Das ist, so war Geordi in der Bibel formuliert. Naja. Also noch nicht mal als Breach Regular. Nee. Nee. Als Away Team Regular. Away Team. Away Mission Regular. Interessant, interessant. Seine Freundschaft zu Data wird akkurat beschrieben und das ist ja etwas, aus dem man was gemacht hat später. Also Data ist ganz klar mit Geordi sehr, sehr gut befreundet, ist sein bester Freund. Manchmal denkt man, da gibt es in jeder Folge eine Szene zwischen den beiden. Das ist aber gar nicht so. Es gibt ein paar Momente, immer wieder mal eingestreut in die Episoden, die das dann nochmal bekräftigen. Dass die beiden gut zueinander passen und dann gibt es ein paar große Momente, wo Geordi und Data eng miteinander sind. Ich habe ja ehrlich gesagt, jetzt wo wir in der siebten Staffel sind, den Eindruck, dass wir das schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Und der letzte Moment, an den ich mich aktiv erinnern kann, der darauf Bezug nimmt, ist, dass Data, als der in Descent under the influence of Lore war, den Geordi gequält hat und dass das dann schlimm war, weil das ja eigentlich sein Freund ist. Und also der letzte Moment, an den ich mich wirklich erinnere und das ist auch schon lange her, ist noch nicht mal ein Freundschaftsmoment. Und in der sechsten Staffel kann ich auch nicht an viel denken, wo das vorkam. Es ist irgendwie, ich habe auch das Gefühl, das ist so ein Ding, das ist in den frühen Staffeln viel und dann gilt das so als gesetzt und dann wird damit nicht mehr viel gemacht. Also jetzt gerade ist da Durststrecke angesagt, oder? Die haben sich so ein bisschen auseinandergelebt. Ja, total. Also in Sachen großer Moment habe ich tatsächlich auch an Descent gedacht. Da ist ja die Freundschaft die Basis dafür, dass das alles nicht so toll ist. Aber ich habe mir jetzt gerade so gedacht, naja, vielleicht gibt es einen Grund, warum Geordi nicht mehr so viel mit Data abhängt. Denn vielleicht hat er sich so gedacht, naja, das tut ihm zwar leid und er war irgendwie nicht Herr seiner Sinne, aber bin ich mir sicher, dass er nicht Herr seiner Sinne war? Und der hat mich fast umgebracht. Es tat sauweh, was der gemacht hat, der Kollege. Ich glaube, so nachtragend ist Geordi nicht. Und ich glaube auch, die leben sich schon ein bisschen länger auseinander. Vielleicht haben sie zu viel Zeit miteinander verbracht, Sebastian. Vielleicht passiert uns das auch, dass wir irgendwie in zwei, drei Jahren bei diesem Podcast, weißt du, merkst du, Chemie passt nicht mehr. Und man ist so gelangweilt voneinander. So was für ist das dann so. Dann suchst du dir jemand Jüngeres, Erotisches, statt mir. Gut, dann muss ich dann durch. So Kontaktanzeige, weißt du, suche Freundschaft. Jünger, aufregend soll es sein und ein hervorragendes Datwerkwissen, bitte. Ja. Podcastfähigkeiten, ein Plus. Gerne Feuer in den Augen und einen muskulösen Körper. Einen muskulösen, aber weiblichen Körper. Aber weiblichen Körper, ja. Ja, das wär's doch mal. Ja, aber du hast recht. Also Geordi und Data ist in Staffel sieben keine große Sache mehr. Aber es gab immer mal wieder Momente, wo die beiden, wo das thematisiert wurde einfach, dass die sich gut verstehen. Aber es ist auch nicht so eine Megasache. Ja. Die haben kein Mega-Arg miteinander. Das haben sie nicht. Mega? Gar nicht. Und jetzt kommt in der Bibel die Aussage, die, glaube ich, dazu führt, dass der ein Landeteam-Teilnehmer ist. Nämlich, so wie andere Leute den Trikorder nehmen und so messen, das macht Geordi alles mit dem Gucken. Und das wäre ja spannend gewesen, wenn die dann irgendwie runtergehen auf so einem Planeten und dann guckt er sich rum und sagt, hier, da ist die Atmosphäre da und so, da hinten steht der Reaktor, da sind die Omikron-Partikel und da hinten gibt's Schokoriegel zu kaufen. Und das ist eine coole Idee und sein Visor macht das auch sicherlich möglich. Aber das passiert auch zweimal, dass irgendwie der Visor was macht. Ich erinnere mich an diese Folge in der ersten Staffel, wo sie auf dieses Klingonen-Schiff rüberbieben. Und dann gibt's für mehrere Minuten so einen Subplot mit dieser Geordi-Wärmebild-Kamera, wo sie dann alle gucken, oh, so sieht das aus, wenn du guckst. Und danach haben sie das nicht wieder groß zum Thema gemacht eigentlich. Ja, vielleicht mal hier, oh, da ist ein Haris in ihrem Wassertank, hat er nochmal gesagt, aber das war's dann auch. Manchmal gibt es so Szenen, wo der Visor dann irgendwie weg ist. The Enemy ist, glaube ich, sowas, ne? Da verliert er den Visor, auch eine, finde ich, der Geordi-Folgen schlechthin. Aber wenn ich mir hier so die, so meine Liste angucke mit Geordi-Folgen, an die man sich so zurückerinnert, da spielt eigentlich in keiner der Visor eine Rolle. So wirklich eine entscheidende Rolle. Was ist das Nächste, was in der Bibel steht, Simon? Er hat einen fantastischen, einen fantastischen Sinn für Humor. Nee, er hat keinen fantastischen Sinn für Humor. Überhaupt nicht. Ich glaube, Geordi ist so jemand, der würde den Witz nicht verstehen, selbst wenn er ihm im nackten Arsch ins Gesicht springt. Ja. Also, Geordi ist auch kein Mensch, der in den Raum geht und dann Witze erzählt und lustig ist. Obwohl du denkst, oh, das ist aber mit dem LaForge-Reden, da lachst du dir einen Ast ab. Ja? Nein, das ist nicht so. LaForge ist eher schwer vom Begriff, manchmal. Und manchmal wirkt er auch so, als, vielleicht projiziere ich da ein bisschen zu viel von dem rein, was wir so machen mit ihm, mit seinem Charakter, ja. Aber er ist eher the butt of a joke. Ja. Als der Witze-Erzähler. Auf jeden Fall. Geordi-Szenen enden oft mit einem Wah-Wah. Ja, ohne dass wir das hören auf dem Soundtrack, aber in meinem Kopf spielt das leider oft, wenn wir den Geordi sehen. Ja, ja, ja. Geordi wird auch noch gesagt, ist Anfang 20. Nein. Ja. Er ist jung. Ende. Er ist jung. Ende 20. Nicht Anfang. In der Bibel steht halt Anfang 20. Die sollen alle so, diese Bibel hat so einen Hang dazu, aus allen Leuten so unreife Kinder zu machen, ja. Nur in dem Fall heißt es hier, der Geordi ist schon sehr reif für seine 20 Jahre, aber, und jetzt kommt so ein Satz, der das genaue Gegenteil von Reife bedeutet, wenn er groß ist, dann möchte er Captain Picard sein. Und auch das. Nein. Nein, das stimmt einfach nicht. Also unfassbar viele Sachen, die über Geordi da in diesem Schrieb stehen, die machen mich staunen. Es ist ein anderer Charakter, der da beschrieben wird, definitiv, ne. Ich finde es, er ist ja jemand, der jetzt auch wirklich dann zum Chef, also Chefingenieur ist an Bord, sehr technikorientiert, eigentlich weg von dieser Kommando-Laufbahn. Nicht, dass er das nicht nochmal machen könnte oder auch Captain sein könnte, warum auch nicht, ne. Aber er ist ja, also als Chefingenieur, ich weiß nicht, ob das so der richtige Karrieresprung ist, wenn du auf einen Käptensessel willst. Nee. Das passt irgendwie nicht, oder? Nee. So, also könnte schon sein, dass er dann nochmal wechselt. Aber er wird ja mal Captain, also es kommt ja, Captain LaForge kommt ja dann mal in. Das ist auch in Ordnung, er wird dann irgendwann halt mal Captain. Er ist ein fachlich hervorragender Mann, also das, insofern ist er reif, dass er seinen Job wirklich brillant macht. Macht, also LaForge weiß immer, was zu tun ist, er hat auch immer die richtige PowerPoint, binnen weniger Minuten hat er fertig, kann das auch sehr gut vortragen und er kommt auch, dann sagt er immer so, wait a minute, sagt er im Original, wait a minute. Und dann, weißt du, macht's Klick und dann löst er auch richtig krasse Probleme und ja, wenn ich so ein Raumschiff hätte, dann hätte ich gerne den LaForge als Chefingenieur. Ja, wenn es darum geht, dass es den Maschinen gut geht und alles, auf jeden Fall. Das ist auch einer, der macht so seine Lösungsfindung immer in so einer Bewegung. Immer wenn er sagt, Data, now I've got it oder irgendwie sowas, ja, dann läuft er gerade um irgendeine Konsole rum. Das ist ein sehr, sehr kinetischer Charakter beim Denken. Ja, und ich finde den tatsächlich echter in diesen Momenten als manchmal in den ruhigen Momenten. Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der Lever Burton durch. Ja. Weißt du, also warum nicht jetzt sagen, ja, Jordi LaForge hat bei uns echt viel Shit einstecken müssen. Er hat auch echt viel Shit gemacht, ja, aber ich, in diesen Momenten mag ich einfach den LaForge. Wenn er so begeistert ist, wenn er so dabei ist, wenn er so begeistert ist mit dem, was er macht und wenn er nie eine Lösung findet und wenn er dann so körperlich ist, dann wirkt er so lebendig, der Charakter und irgendwie so echt zum Anfassen und dann würde ich den knuddeln am liebsten und mitnehmen. Ja, wenn er ein Problem hat und wenn er eine Maschine hat, um die er sich kümmern kann, ist er super gut. Sobald er Menschen hat, wird es schwierig. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal das, was wir immer so aufgezeigt haben über den Jordi, dieses, ja, kommen wir auch gleich, sagen wir ja manchmal erst so ein bisschen der lustige Triebtäter von nebenan. Aber ich meine auch zum Beispiel seinen Umgang mit Untergebenen. Das haben wir als einen ganz, ganz tollen Kommentar neulich im Blog gehabt, als es um die Folge Lower Decks geht. Nämlich seinen Umgang mit dem Vulkanier Torik, der ihm unterstellt ist im Engineering. Das ist einfach auch kein toller Umgang eines Chefs mit seinem Untergebenen. Der ist die ganze Zeit so nach dem Motto, du sollst dir keine Fragen stellen, du sollst dir machen. Nicht so viel nachdenken, machen. Was ich sage, machen. Und das ist einfach für jemanden, der so denkbezogen ist wie der Jordi, ist das auch einfach kein guter Umgang mit seinen Untergebenen. Und ich weiß deswegen nicht, ob er in der Personalführung auch richtig aufgehoben ist. Nee. Weil er so ist, ja. Er müsste mal so eine Führungswerkstatt machen. Also er müsste halt mal so lernen, wie er wirkt und wie man sich da richtig verhält. Und er pflegt keinen wertschätzenden Umgang mit diesen Leuten. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und da wird folgender letzter Satz oder letzte Eigenschaft aus der Bibel klingt dann noch umso absurder. Seine Spezialität ist der Schuldienst an Bord. Er begeistert die Kinder. Also uns Kinder, uns beide Kinder hat er begeistert, der Jordi, oder? Ja, schon. Sehr. Nicht so, wie er wollte vielleicht. Also das ist ein Satz, Simon. Das ist ein Satz, dass der Jordi dann immer so moonleitet als Keiko. Und dann finden die Kinder ihn super. Also ich hätte es gern gesehen, glaube ich. Ich auch. Da habe ich aber wirklich, als ich das in der Bibel gelesen habe, habe ich echt laut gelacht. Ich habe laut gelacht. Und wie kann ich das denn verstehen? Ist das irgendwie so sein Nebenjob? Also der ist dann fertig, kommt von der Away-Team-Mission wieder. Gibt es ja nicht jeden Tag. Und dann macht er so einen Vertretungslehrer und so AGs mit Jordi LaForge? Foto-AG mit Jordi LaForge oder was? Ja, der ist ja auch so, wie er angelegt ist, so ein fucking inspirational Charakter einfach. Und vielleicht hat man sich daraus gedacht, dann lass den doch als Lehrer da einsetzen. Das hat man nie gemacht. Aber in der Bibel haben sie alle sich sehr gefreut, als sie das da reingeschrieben hatten. Lass sich gut. Liegt das an Lever Burton? Der war doch auch so im pädagogischen Fernsehen unterwegs. Ja, ja, vielleicht. Ja. Ja, ja, ja. Womöglich. So. Ne? Ja. Also Lever Burton so in der Sesamstraße quasi, der hat dann die Kinder da begeistert. Und das hat er ja wirklich gemacht. Lever Burton hat ja sowas gemacht. Der hat ja solche Sendungen moderiert. Und vielleicht wollte man das irgendwie übertragen. Da hat man ja auch gesehen, das funktioniert. Er ist halt cool mit Kindern, kann ja cool mit Kindern umgehen. Vielleicht können wir das so als Charakter-Treat machen von ihm. Kunst trifft Realität, Sebastian, und umgekehrt. Imitiert Realität. Ja, warum nicht? Es wäre vielleicht nicht so sperrig und ulkig gewesen wie manches, was wir dann von ihm gesehen haben. Stattdessen hatte man nach der ersten Staffel die Idee, nee, jetzt brauchen wir doch einen im Maschinenraum. Und dann nehmen wir jetzt den Geordi und setzen ihn in den Maschinenraum. Und der Platz neben dem Data, das ist dann so ein Wechselplatz. Da sitzt dann mal der Wesley. Und wenn der Wesley zur Schule gehen muss, dann sitzt da irgendwer anders. Das war dann nicht mehr ein Stuhl eines Regulars. Da hat doch manchmal Worf gesessen, ne? Ja, manchmal hat das so getauscht, ne? Ja. Ich würde dir mal die Folgen verraten. Wenn Geordi LaForge kommt, welche Folgen ich total wichtig finde. Darf ich das machen? Bitte. Oder hast du noch etwas zu diesen Beschreibungen von ihm? Nee, sag mal. Die erste Folge, an die ich denke, ist Identity Crisis. Ja. Warum? Die, wo Geordi so ermittelt, auf dem Holodeck mit den Schatten. Das fand ich, das war eine gute Geschichte. Die Leute verschwinden alle. Das war so ein bisschen gruselig. Und Geordi war da sehr mutig und hat nicht locker gelassen. Der wollte dieses Rätsel lösen. Und das mochte ich an der Episode. Da habe ich dran gedacht. Dann The Enemy. Das, wo er auf diesen Romulaner trifft. Und da funktioniert es. Da ist Geordi, Geordi schafft es, dass dieser Romulaner Vertrauen zu ihm aufbaut. Da kommt diese immer gut gelaunte, agendalose Art des Geordi Laforge. Bis auf, wenn Frauen ins Spiel kommen, dann ist vorbei mit Agendalos. Die kommt da so voll zum Vorschein. Und dann die Folge Booby Trap. Das ist die berühmt-berüchtigte Folge, wo Geordi sich diese Holo-Fantasie zusammenlegt von Lea Brahms. Und dann glaubt, dass diese Holo-Version von Lea Brahms der echten Lea Brahms entspricht. Und dann wird er zu so einem Creep irgendwie. Ja, und das ist echt schade. Weil das war in den 80ern, 90ern, als die Serie entstanden ist, schon so ein bisschen lustig. Und man zeigt ihn als so einen ungelenkten Typ im Umgang mit romantischen Dingen. Aber das Ganze dann 20, 30 Jahre weiter gedacht, lässt Geordi in diesem Creep-Licht erscheinen, in dem wir ihn oft gestellt haben, jetzt in den letzten Jahren. Ist natürlich eine wunderbare Angriffsfläche für uns beiden Witzbolle, die hier schön sitzen, schon zwei Weizen aufhaben und dann über die Next Generation ablästern können. Da ist der Geordi das einfache Opfer unseres Podcast-Cyber-Mobbings. Aber ja, eben halt nach so vielen Jahrzehnten kann man das nicht nicht sehen. Es gibt halt auch noch andere Beispiele. Arquiel, Geordi soll einen Mord ermitteln, aber liest dann lieber in irgendwelchen Tagebüchern rum und Logbooks und findet das vermeintliche Opfer sehr attraktiv. Ja, das hat ihm alles nicht gut getan. Dann gibt es auch wieder so andere, wenn ich mir Geordi-Folgen angucke in meiner Liste. Ich habe ja noch mehr hier drin, iBorg, wo Geordi derjenige ist, der mit Hugh diese Verbindung aufbaut. Und Simon, da kommen meine beiden Folgen nämlich ins Spiel. Ja, mach mal. Die hast du jetzt nämlich beide schon genannt, nämlich The Enemy und iBorg. Warum ist Geordi nicht Diplomat geworden? Klar, Chefingenieur, er hat was drauf, wenn er dann so rumläuft und sagt, i got it, ja, dann ist er auch gut. Aber Geordi schafft es als einziger, zu einem Romulaner durchzudringen und den zu seinem Kumpel zu machen. Und er schafft es als einziger, zu einem Borg durchzudringen und den zu seinem Kumpel zu machen. In Geordi schlummert ein Diplomat für die schlimmsten, die ärgsten Feinde, die die Föderation hat. Und das ist eine total positive Eigenschaft an ihm, die ich vor der Vorbereitung zu dieser Folge noch nie an ihm gesehen habe. Aber jetzt kam es, er hat es mich wie der Blitz beim Kacken getroffen, gestern. Absolut. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Wie heißt nochmal die Folge mit diesen Packlitz, mit diesen Dösköppen, die den Geordi entführen? Samaritan Snare. Samaritan Snare, ne? Das ist ja auch eine Folge, wo er die, also er kommt erstmal mit denen zurecht in dieser Entführungssituation. Am Ende trickst er sie aus, aber er trickst sie so aus, dass er keinen von denen verletzt. Ja. Verstehst du? Also er macht das auch noch völlig gewaltlos. Und das sind die positiven Eigenschaften an einem Geordi LaForge. Geordi LaForge ist ein genuin gutherziger Mensch. Ja. Und das mag ich an dem Charakter. Dafür ist er wirklich liebenswert. Und umso ärgerlicher sind dann die Folgen, wo sie ihn so total strange und voll nerdig haben wirken lassen. Und dann halt auch noch, ja, unangenehm. Einfach, ne? Unangenehm. Ja. Creepy. Stimmt. Schade. Schade. Aber Zeit und Raum für Rehabilitation gibt es ja immer, auch für Geordi, finde ich, ja. Total. Was ich ein bisschen schade finde an Geordi ist, von den sieben Hauptcharakteren, die uns von Anfang bis zum Ende begleiten. Obwohl, eigentlich sind es nur sechs Hauptcharaktere, denn die Gates McFadden hat mal eine Pause eingelegt. So richtig durchgehend sind nur sechs da. Einer von denen ist halt LeVar Burton als Geordi LaForge. Und es tut mir total leid, sagen zu müssen, dass das von allen der farbloseste Charakter ist. Ja. Der hat keine besonders herausstechenden Episoden. Der ist nicht so ein Charakter für die Ewigkeit. Der ist halt auch einfach da und kümmert sich um den Maschinenraum. Der hat schon seine Momente und der hat auch schon seine Episoden. Aber wenn ich den mit allen anderen vergleiche, sorry, da kommt er schlechter und langweiliger weg als ein Data, als eine Diana, als ein Jean auf jeden Fall, auch als eine Beverly. Die sind alle irgendwie ein Stückchen interessanter als er. Er ist der Grießpudding unter den Star Trek The Next Generation Charakteren, oder? Selbst Wesley, den wirklich viele Leute schwierig finden aus guten Gründen. Wir haben das ja so ein bisschen entschärft auch, als wir über ihn gesprochen haben. Aber dennoch, auch Wesley ist irgendwie interessanter, vor allen Dingen dann in seinen Verfehlungen, wenn sie ihn vom hohen Ross herunterholen, als LaForge. LaForge ist immer wie so eine Sinuskurve, die so ganz flach ist. Und ganz selten macht man Wupp. Und ansonsten macht man Wupp. Ja, aber der letzte Charakter, über den wir sprechen, könnte man auch als farblos bezeichnen. Ja, das stimmt. Aber ja, stimmt schon. Also ich würde Rykan und Geordi auf jeden Fall vorziehen, quasi. Also als Charakter, den die Serie mehr braucht. Und es ist schade, weil eben dieses gutherzige in LaForge, dieses diplomatische in LaForge, das Spannende mit dem Visor, das ist ja ein Mega-Asset, damit kannst du tolle Geschichten erzählen. Ja, es bleibt das Gefühl, als hätte man nicht genug damit gemacht am Ende der Serie. Schade. Ja, es ist so eine fixe Idee, die man hatte. Auf dem Papier unglaublich super. Und dann in der Praxis denkst du, oh, fällt mir jetzt keine Geschichte zu ein. Aber das ist ein Problem. Das hat Next Generation, das ist ein Problem, das hat Voyager, das ist ein Problem, das hat Enterprise. Ja. Dass man so super tolle Charakterideen hat und dann denkt, ja und jetzt? Funktioniert irgendwie nicht, ne? Deep Space Nine nicht. Bei Deep Space Nine saßen immer Leute, die saßen dann da und haben sich gedacht, selbst die Charaktere, die eigentlich nicht so funktionieren. Wo eigentlich nicht auf der Hand liegt, warum die cool sind und warum man Geschichten über die erzählen sollte. Selbst bei denen setzen wir uns jetzt gefälligst, sprach ein Ira Bear, auf den Hosenboden und überlegen uns, wie wir den interessant machen. Hier wird kein Charakter zurückgelassen. Ja. Und Geordi ist so einer, wo man das Gefühl hat, dass man irgendwann in der vierten Staffel gesagt hat, ja, ja, den lassen wir jetzt so mitlaufen. Ja. Da passiert jetzt nichts Großes mehr. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir über andere Charaktere sprechen noch. Über so ein Data, wie der sich entwickelt hat, was man am Anfang mit dem gemacht hat und was man jetzt am Ende mit ihm macht, ne? Ob das wirklich so viel mehr ist? Keine Ahnung. Aber es kommt ja am Ende des Tages darauf an, wie es wirkt, auf uns wirkt, wie wir Geordi wahrgenommen haben. Und obwohl wir uns über ihn lustig gemacht haben, das war ja, glaube ich, auch unser Versuch, ihn interessant zu machen. Also was da aus ihm rauszuholen, ja, womit wir auch so ein bisschen Spaß haben mit dem Charakter. Und das mussten wir bei den anderen irgendwie nicht. Die haben auch manchmal sich dumm verhalten und dummes Zeug gemacht, ne? Aber um Geordi irgendwie interessant zu machen, mussten wir uns dann noch auf den Quatsch halt irgendwie versteifen. Und das sagt ja auch was aus. Ja. Das sagt ja auch was aus. Alle haben von uns so ein bisschen Meta-Story und Juxe bekommen, aber keiner so viel wie Geordi, ja, ist richtig. Keiner so viel wie Geordi, ne? Da haben wir uns echt abgearbeitet teilweise an ihm. Ja. Vielleicht ein bisschen auch über Gebühr, aber das soll ja auch Spaß machen hier. Spaß hatten wir mit Barclay, dem anderen Creep, hatten wir einmal überhaupt nicht. Da hat er uns richtig geärgert, richtig auf die Palme gebracht. Beim zweiten Mal war es ganz okay, wie ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Oder haben wir uns sogar schon dreimal gesehen? Ja, wir haben ihn schon dreimal gesehen. Viermal haben wir ihn gesehen. Viermal, Simon. Viermal, ja. Ja. Und das ist so ein Charakter, der fängt als unglaublich creepiger, obersexual predator, mega-creep an und fängt dann an, sich so zu setteln. Ja. Ja, in der ersten Folge in Hollow Pursuits, ja, keine Frage. Alter Vater. In The Nth Degree ist es immer noch ein bisschen da. Und dann kam die Folge, wo er Todesangst beim Beamen hatte. Und da dachte man, ja gut. Gut, er ist halt ein super neurotischer Typ und der nimmt jede Neurose mit, die es gibt. Dafür ist er einfach da, dafür ist er gebucht. Und dann war er nochmal in einer eher untergeordneten Rolle zu sehen in der Folge Ship in a Bottle, wo es um den Moriarty ging. Da hat er das Holodeck versucht zu reparieren und war dann am Ende nochmal unsicher, ob er denn jetzt das Programm überhaupt beendet hat oder ob er immer noch in dem Programm gefangen ist. Und es wird noch eine letzte Next Generation Folge mit ihm folgen. Ja. Und in der Folge ist gar nichts mehr mit ihm. Da ist er so ein bisschen Auslöser für irgendwas. Aber das ist es dann auch. Hätte jeder andere sein können auch, ne? Ja, Barclay ist, wenn du dir vorstellst, Barclay ist wie so eine, in meinem Kopf, wie so eine, bei den Olympischen Spielen, so ein Siegertreppchen. Ja, mit jeder Folge geht er eine Treppe, eine Stufe runter und wird irgendwie weniger extrem und hat auch gleichzeitig weniger zu tun. Ja, Barclay war halt einer von diesen Leuten, wenn du das damals alles so geguckt hast, oh geil, was ist wohl die Barclay-Folge in der Staffel? Barclay, Barclay hier, das ist doch der, der aus dem A-Team auch. Und das war dann schon irgendwie was Besonderes, dass der da war und das war so ein Highlight, nur damals war halt vieles ein Highlight. Was heute nicht, kein Highlight mehr ist. Und ich glaube, später hat man sich so einfach gedacht, na gut, uns gehen hier langsam auch die Geschichten aus. Je älter TNG halt wurde, desto anstrengender war es ja auch, was Neues zu erzählen mit den Charakteren. Und dann denkst du dir halt, na gut, jetzt, komm, jetzt machen wir mal eine Folge mit dem Barclay wieder. Dann haben wir mal so einen Ansatzpunkt, dann fangen wir mit dem Barclay an. Ist ja irgendwie drin, das ist schon mal gute Werbung für die Folge, kann man im Teaser zeigen. Hier, Vorschau, auf nächste Woche und sowas. Barclay, Einschaltquote. Aber das Interesse, mit dem Charakter noch viel mehr zu erzählen, ist wahrscheinlich auch langsam ausgegangen. Und ganz ehrlich, was willst du denn noch mit dem erzählen? Willst du schon wieder eine Neurose verpassen? Das ist ja, ne, das bringt ja nichts. Also was soll dieser Charakter noch beitragen, außer seinem neurotischen Verhalten? Das ist richtig, aber das ist der einzige Charakter, den sie noch weiter gerettet haben und noch mal zu einem wichtigen Regular Character bei Voyager gemacht haben. Der hat in der ersten Staffel von Voyager noch mal einen Auftritt und dann in Staffel sechs und sieben, glaube ich, eine ganze Handvoll Auftritte. Als so der Kumpel der Voyager im Alpha Quadranten. Und ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, warum hat man sich dafür Barclay ausgeguckt, Simon? Wie ich das finde, müssen wir dann beurteilen und bewerten, weil ich weiß noch gar nicht, wie ich das finden werde. Ich auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das fand, ehrlich gesagt. Aber Simon, warum, warum, warum ist es Barclay? Warum ist es nicht irgendwer anders von den zahlreichen Alpha Quadranten Charakteren des 24. Jahrhunderts, die wir kennen? Warum ist es Barclay, der in den letzten beiden Staffeln von Voyager Deck V-Mann ist in den Alpha Quadranten? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. D. White Schultz und Rick Berman waren gute Kumpels. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, also erstmal gibt es da wahrscheinlich irgendwo Vitamin B. Dann war Barclay immer beliebt bei Fans. Also ich habe wenig Kritisches über den gelesen damals. Das wird sicher nicht Witz welche gegeben haben. Ich habe aber auch wenig Überschwängliches über ihn gelesen. Der war einfach irgendwie da, Barclay. Aber es war so ein bekannter Name aus TNG-Tagen, wo man vielleicht dachte, okay, vielleicht ziehen wir doch ein paar TNG-Fans rüber zu Voyager dann. Deswegen ist ja auch Q halt da und taucht auf. Ah, den kennt man halt in Q aus TNG und vielleicht können wir Fans so rüber holen. Ich glaube, das steckt hinter diesen Überlegungen. Wobei bei Q die Entwicklung andersrum war. Q war in der zweiten Staffel von Voyager zu sehen, in der dritten Staffel nochmal. Und dann hat man ihn nur in der siebten Staffel noch einmal gebracht. Das war eher so ein Charakter, wo man das Gefühl hatte, ja, wissen wir nicht so richtig, wie wir den bei Voyager unterbringen sollen. Und deswegen machen wir das nicht mehr und nur am Ende noch einmal so zum, weil wir, hör mal, wir hören ja auch hier bald mal auf mit dem 24. Jahrhundert. Nutzen wir nochmal die letzte Chance, um den Q zu bringen. Aber bei Barclay hatte ich echt das Gefühl, dass nach der Folge Pathfinder bei Voyager die Autorinnen und Autorinnen der übernächsten Serie so ein bisschen Blut geleckt haben. Und gedacht haben, ah, das machen wir so ein bisschen häufiger noch. Und dann in der nächsten Staffel nochmal ein bisschen häufiger, dass der wiederkommt. Ja. Das hat man bei Q nicht gedacht. Der wurde seltener. Dennoch halte ich den Charakter Barclay, wenn du den jetzt mit, zum Beispiel mit einem Gaststar wie Garak, ein Gastcharakter wie Garak, wenn du den jetzt zum Beispiel nimmst. Und die Wichtigkeit von einem Garak oder einem Dukat für DS9 und für die Geschichte und für die Charaktere, da ist ein Barclay, ob es den jetzt gegeben hat oder nicht, die vier Folgen Latte. Der ist im Grunde, der hat mir ein bisschen mehr Vergnügen bereitet als Jim Shimoda, aber auch nicht viel. Da ist halt auch nicht viel Fleisch am Knochen, ne? Da ist nicht viel Fleisch am Knochen. Der hat alle Neurosen, die es gibt, Punkt. Und wenn du mir sagst, fass mal Garak zusammen in einem Satz, dann sage ich, im Gegensatz zu Barclay, was ich ja gerade in einem Satz zusammengefasst habe, bei Garak sage ich, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Ein Satz wird schwierig, ne? Wird schwierig. Und bei Dukat wird es auch schwierig. Ja. Bei allen Deep Space Nine Charakteren wird es schwierig, den in einem Satz zusammenzufassen. Aber ja. Es wird auch bei einem Q schwierig, den in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Auf TNG. Also deswegen finde ich Barclay jetzt gar nicht. Er ist, man muss ihn erwähnen, aber gerade in diesem Geordi-Umfeld, ja, weil er die gleiche Uniformfarge beträgt, weil er halt unter Geordi arbeitet, weil er genauso komische Fantasien hat wie der Geordi. Deswegen passt er ganz gut da rein, aber ich finde ihn nicht wichtig für TNG. Ich fand ihn noch nie wichtig. Ich fand ihn okay, zwischen nervig und okay. Okay, fand ich ihn. Ja. So. Lass uns bitte zu, da habe ich gesagt, am Anfang von TNG ist mein Lieblingscharakter. William T. Riker. Und? Ist er es immer noch? Er teilt sich. Er ist es irgendwo, ist er immer noch meine Identifikationsfigur und vielleicht derjenige aus TNG, der mir vom Wesen her am ähnlichsten ist. Ja. Ich kann vom Wesen her mit dem Charakter Riker am meisten connecten und anfangen, so wie ich ticke. Weil du halt auch ein Musiker bist und ein begnadeter F***er, genauso wie der Bill. Das magst du bitte mal rausschneiden. Auspiepen. Nee, weil ich, weil ich auch sehr pflichtbewusst bin, was meine Arbeit angeht, auf jeden Fall, wenn ich einen guten Job machen will, weil ich auch da sehr viel dran hänge, aber weil ich auch, ich kann auch feiern. Und ich kann auch, ich mache auch bessere Eier als Riker, aber ich koche auch gern und ich weiß nicht, ich komme mit dem klar irgendwie. Also da ist so ein Verständnis einfach da, dass der Riker, der blickt so aufs Leben wie ich. Ja, bei dem Feiern können bin ich ja immer ein bisschen neidisch auf dich und Bill, aber ich sehe die Parallelen. Aber, ob er jetzt wirklich mein Lieblingscharakter ist, von allen Charakteren, was so all die Charaktererzählung angeht, das würde ich wahrscheinlich verneiden. Es wird doch relativ wenig mit Riker gemacht, gerade so in den letzten zwei Jahren. Da hat er ein paar Auftritte gehabt, die erwähnenswert sind, aber so wirklich wichtig für unsere Crew war der Bill jetzt nicht. Gehen wir doch mal an seine Anfänge zurück, bevor wir sagen, wo er jetzt steht. Ganz am Anfang war Riker mit Y, also nicht Ü-Riker, sondern statt des Is, Y. I-Lysis-Riker. Ja, Captain Ulysses T. Riker, das wäre auch ein Name. Lecko-Funny, wer ihm ja. Aus der Bibel, da werden Riker und Picard hat sich in einem Atemzug genannt. Das sind Dual Lead Characters. Und bis zum Ende der Serie ist das auch im Vorspann so. Da kommt immer, da fliegt die Enterprises erst mal weg. Und dann steht da Starring Patrick Stewart as Jean and Jonathan Frakes as Bill. Und dann ist eine kleine Pause und dann kommt Also Starring und dann kommt der ganze Rest. Und Simon, jetzt kommt meine steile These. In den ersten beiden Staffeln stimmt das auch? Und ab Staffel 3 ist das nur noch eine Behauptung des Vorspanns? Ja. Und eigentlich ist es da nur noch Starring Patrick Stewart und der, so inhaltlich, ist da Jonathan Frakes zu den Also-Starring-Leuten gerutscht. Ja, total. Total. Und manchmal scheint er zu verschwinden. Einfach, ne? Da ist er mal Stichwortgeber oder drückt die Gefühle des Publikums aus. Wenn wir erstaunt sein sollen, dann guckt der Riker erstaunt. Wenn wir vielleicht was nicht verstehen, erklärt der Riker uns das. Dazu ist er da. Aber er ist halt total im Hintergrund, also nicht Starring einfach. Das stimmt einfach nicht. Er ist nicht mehr Starring. Und meine Theorie ist ja auch, dass Frakes damit fein war. Einfach, weil Frakes ein cooler Typ ist. Aber auch, weil Frakes diese Regiegeschichte für sich dann entdeckt hat und hinter die Kulissen gegangen ist. Und da hat er auch eine Karriere draus gemacht. Er ist ja bis heute da aktiv. Und deswegen war es ihm eigentlich wurscht. So befriedigend, so aus einer schauspielerischen Sicht für seinen Charakter, kann das nicht gewesen sein. Ne, überhaupt nicht. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre so gelaufen bei Next Generation wie bei der Original Series und auch bei den Original Series Filmen, wo der Shatner und der Nimoy waren und Shatner war der Star und dann wurde der Nimoy auf einmal zu diesem Fanliebling. Und dann hat der Shatner angefangen, die Zeilen zu zählen. Und er durfte nicht mehr Zeilen haben pro Folge als der Nimoy. Und das hat dazu geführt, dass die irgendwann mal einen Vertrag ausgehandelt haben, noch während der Urserie. Und der galt bis zum Ende des sechsten Films. Das war der sogenannte Favored Nation Clause. Auf Deutsch ist das das Meistbegünstigungsprinzip. Und auf Deutsch, auf Normaldeutsch übersetzt heißt das, alles was der eine bekommt, bekommt auch der andere. Und da haben Shatner und Nimoy drauf geachtet, wie die Teufelchen haben die da drauf geachtet. Und ab Staffel 3, jetzt bei Next Generation, hat der Jean-Darsteller Patrick Stewart irgendwann mal gesagt, ich will mehr Action, ich will mehr F***, ich will mehr alles. Dann haben sie ihm das gegeben und dann hat der Jonathan Frakes ganz Gentleman-like zwei, drei Schritte zurückgetan. Hat gesagt, okay, ich will sowieso Regie führen, wie du auch gerade schon sagtest. Ich will sowieso Regie führen. Ich will diesen Kleinkrieg gar nicht. Ich fange nicht dieses Meistbegünstigungsprinzip Hickhack an. Ich will der liebe Freund von Patrick bleiben, von Old Baldy. Ich lasse das mit mir machen. Und das ist schon, also Hut ab vor Jonathan Frakes, was der für eine Größe an der Stelle beweist einfach, ne? Definitiv, ja. Ich glaube trotzdem, dass ihn halt dann mehr auch andere Sachen interessiert haben und dass er da nicht so fixiert drauf war, auf diese Star Trek-Nummer. Naja, also, Picard und Riker, jetzt haben wir über das Verhältnis von Jonathan Frakes und Patrick Stewart gesprochen. Lass uns über das Verhältnis der Charaktere sprechen. In der Bibel steht, sie haben ein Vater-Sohn-Verhältnis. Ja. Näh. Näh? Die haben ein Vertrauensverhältnis, auch ein Freundschaftsverhältnis. Schon natürlich, klar, so der Picard ein bisschen der Mentor und derjenige, der den Ton angibt. Aber für ein Vater-Sohn-Verhältnis ist das nicht intens genug, was die beiden miteinander haben. Die haben auch nie Konflikte. Picard und Riker haben ganz ... Bitte? The Pegasus? Pegasus ist die ... Ja, da gibt es dann so ein, zwei Leuchtturm-Dinger, aber die haben doch kein Beef miteinander. Die sind sich doch super einig. Da sind doch keine emotionalen ... Und das ist immer so in Vater-Sohn-Verhältnissen, auch wenn die herzlich und gut sind, ist da immer eine emotionale Spannung. Ist doch klar. Ja, das sehe ich hier nicht zwischen den beiden. Ich sehe da keine emotionale Spannung. Null. Und das fehlt mir für das Vater-Sohn-Verhältnis. Das sind eher so sehr gute Kollegen, die in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten und sich deswegen nicht ins Gehege kommen. Ja, oder es ist halt einfach ein sehr guter Vorgesetzter, der halt sehr ... Also es ist ein Kumpel-Vorgesetzter. So was gibt es ja auch. Ja, aber nicht so ein Kumpel-Vorgesetzter, dass da mal saufen geht mit dem. Das kommt, glaube ich, sehr selten. Die verbringen nie Freizeit miteinander, nie. Außer wenn im Holodeck irgendwie so eine Frau besonders hübsch ist, dann sitzen sie da und trinken ein und gucken so ganz versonnen an dann. Das stimmt. Aber da müssen wir dran drüber sprechen, wenn es um den Jean geht. Der hat zu Anfang noch die Anwandlung, dass er irgendwie Hobbys mitmacht. Ja. Mit anderen. Und nicht zu Hause sitzt und Shakespeare liest. Aber da sprechen wir dann drüber. Aber es ist halt ein mega Vertrauensverhältnis, nur Riker ist noch mehr Teil der Crew. Riker ist auch ... Das ist sein Job, auch so ein bisschen Übersetzer zu sein, von Captain zur Crew. Und deswegen können die auch nicht so eine mega Freundschaft miteinander haben. Aber die mögen sich. Die mögen sich aufrichtig. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis davon. Aber ich sehe kein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis. Ich ziehe mal einen Satz vor aus der Bibel. Zu Picard blickt er auf mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Liebe. Das passt jetzt so schön an dieser Stelle. Das würde ich sagen, das stimmt sogar. Also er bewundert ihn. Er bewundert den Jean auf jeden Fall. Ja. Und es sorgt sich auch um ihn. Er passt super, ja. Ja, aber der doppelte Aufgabenbereich von ihm ist zum einen, das Schiff muss laufen. Und Riker soll das auch während der Serie scherzhaft immer wieder seine Haushälterfunktion nennen. Ja, nee, macht er nicht. Nein. Macht er nicht. Macht er beides nicht. Nee. Und das zweite ist Landeteams anführen. Und ja, das stimmt, aber nur für very, very, very early next generation. Ja, später sind es auch öfter mal Worf und so, die dann auf Achse gehen. Und auch Picard. Und Picard, ne? Ja, stimmt. Das hat sich ja dann geändert. Ja, dieses total verkopfte Ding, das ist ja auch der Elefant im Raum, diese verkopfte Idee, der Chef ist so wichtig, dem darf nichts passieren, der verlässt nie das Schiff. Und deswegen ist der Bill Riker sozusagen der haudigen Aspekt des Jim Kirk, der immer runtergeht und alles macht. Ja, und der intellektuelle Teil ist der Jean und der Diplomat und so, ne? Ja. In Jim, das ist der Jean. Die haben den Jim zweigeteilt. Die haben den Jim zweigeteilt, richtig. Deswegen auch die Duel, Duel-Lied, ne? Und ganz ehrlich, da hätte jemand auch sagen müssen, das ist doch Quatsch, was wir hier machen. Das ist doch, du brauchst doch einen Helden. Also du brauchst doch einen Protagonisten. Das wird nicht funktionieren. Selbst wenn der Patrick Stewart damit einverstanden gewesen wäre, aber ich halte das für eine dumme Idee, den Käpt'n da immer. Ich habe das damals irgendwie bewundert, weil das so vernünftig ist, aber ich kann verstehen, dass das, wenn du das schreibst, das kriegst die Krise. Muss du mit Riker immer was machen, mit Picard muss er irgendwas machen, obwohl der gar nicht mitkommen kann, weißt du, zur Gefahr. Das ist also nicht gut. Ich glaube, im echten Militär ist das auch ein bisschen so. Ja klar. Da ist das auf jeden Fall so. Und der Jean ist dann so wie der Chefarzt. Der ist der Doktor Brinkmann. Und Sascha Hähn ist Riker, oder? Und Sascha Hähn ist Riker, genau. Das passt doch auch irgendwie, oder? Es war immer, als Kind hatte ich mal so eine kurze Schwarzwaldklinikphase. Dann lief das Samstagmorgen, ich mochte die Titelmusik und so. Und irgendwie, du hast ja immer erwartet, dass da was Cooles passiert. Ist meistens nie was Cooles passiert. Aber wenn der Brinkmann mitoperiert hat, da war ich an Bord. So, ah, der Brinkmann, der Chefarzt, operiert jetzt. Und soll ich dir mal was sagen? Im echten Leben, ich war ja mal mit einer Ärztin verheiratet. Im echten Leben ist das so, dass die Leute sagen, ja, die Privatpatienten, die bilden sich dann immer unglaublich was drauf ein, wenn der Chefarzt eine OP macht. Aber in Wirklichkeit ist der so abgehoben. Der operiert fast nie. Der weiß gar nicht richtig, wie das geht. Du willst von den Assistenzärzten operiert werden, die sich jeden Tag die Finger dreckig machen und genau wissen, was sie tun. Weil sie halt komplett im Thema sind. Du willst nicht diesen Schreibtischhengst haben, der einmal alle drei Monate so einen Skalpellwarp in die Hand nimmt. Gut zu wissen. Das war mal so ein Blick hinter die Kulissen, den ich auch erstaunt haben durfte. Und vielleicht ist das so, ja, vielleicht ist das auch so, wenn der PK dann mal auf eine, jetzt reden wir zu viel über PK, ich höre auch gleich wieder auf, wenn der mal auf eine Landemission mitgeht, dass die dann schon immer sagen, oh, er, ja, weißt du, jetzt kommt er aus seinem Elfenbeinturm herabgestiegen und will da wieder was machen. Zum Glück ist nächste Woche wieder der Bill dabei, der so hands-on ist einfach. Ja, hoffentlich ist nächste Woche wieder Number One dabei, ne? Der Number One ist ja Bills Spitzname und alle aus der Crew nennen ihn Number One. Das steht in der Serienbibel. Und das ist auch falsch. Ja, so nennt ihn nur der Chef. So nennt ihn nur der Chef. Ist auch gut. Also wenn, weiß ich nicht, es wäre einfach komisch, wenn Worf und Geordi und Deanna sagen würde Number One. Wesley. Number One. Seine Rolle ist die des Taktikers, während der Käpt'n Stratege ist. Ja, auch am Anfang. Später weniger. Am Anfang. Ist dasselbe Ding, ne? Dann haben wir vorhin schon über das Vater-Sohn-Verhältnis gesprochen und in der Bibel wird das dann nochmal aufgegriffen. Und da kommt dann was, was vielleicht ein bisschen besser passt aus meiner Sicht. Er ist der jüngere Bruder, der seinen älteren Bruder anhimmelt und hofft eines Tages so zu werden wie er. Ja, mehr, viel mehr. Das passt mehr, ne? Als Vater-Sohn. Der ältere Bruder, der mehr Erfahrung hat und wo er den Neid erhalt stark findet. Wobei, für Brüder zoffen die sich auch viel zu wenig. Das sind vielleicht so Brüder, die, ja, obwohl. Ich kenne auch so Geschwisterpaare, ich kenne auch so Brüder, wo ein unglaublich großer Altersunterschied existiert. Ja, dann ja. Und dann passt das einfach, ja, weil die zoffen sich nicht. Die sind zu weit auseinander, um sich über irgendwas zoffen zu können, weil die über ganz andere Lebenshorizonte haben. Und also, wenn es jetzt so ein Bruder ist, vielleicht auch ein Stiefbruder noch von so einem anderen Vater, liegen 15 Jahre dazwischen, würde ich sagen, jo. Ja. Großes Interesse an Frauen. Das beeinträchtigt aber nie seinen Dienst. Ja. Das stimmt mitunter. Ja. Es gibt Einschlee-Episoden, wo der Riker großes Interesse an den, wie heißt der nochmal? Die Amazon-Chefin da. Mistress Beata. Beata, genau. Die kommt mir natürlich sofort in den Sinn. Mistress Beata. Die Karen. Karen, genau. Die sieht aus wie so eine Karen, ja. Soccer-Mom Karen Beata, ja, ist das. Ich finde die tatsächlich wesentlich cooler, als das, was man unter der Karen versteht. Aber ja, das kommt vor. Ja. Aber es tatsächlich beeinträchtigt es nie seinen Dienst. Und jetzt kommt ein fantastisches Zitat, Sebastian, möchtest du uns das mal vorlesen? Ja. Und wenn das nicht Roddenberry ist, dann weiß ich auch nicht. Er hat sich der Gleichstellung der Geschlechter intellektuell verschrieben und strengt sich sehr an, diese Gleichstellung in die Tat umzusetzen. Er hat aber noch nicht genug Lebenserfahrung, um zu verstehen, wie unterschiedlich doch die Geschlechter eigentlich sein können. Er weiß noch nicht, dass Frauen ganz eigene Bedürfnisse haben. Er kann auch nicht die Macht verstehen, die in dem weiblichen Bedürfnis liegt, gebraucht zu werden. Das ist halt wichtig. Und da habe ich das Gefühl, Sieh mal, bei diesem Satz habe ich das Gefühl, bei diesem Absatz habe ich das Gefühl, alle fünf Worte, wo das in die Schreibmaschine getickert wurde, hat sich der Gene noch ein Whisky gekippt und wurde immer besoffener. Und zum Ende hin wurde er immer besoffener, oder? Das ist halt Gene Roddenberrys Blick auf Frauen. Kommt aus seinen Erfahrungen heraus. Und wer da ein bisschen mehr zuhören möchte, wie das Frauenbild des Gene Roddenberry und wie der überhaupt so war und was der alles erlebt hat, dem legen wir ganz herzlich nochmal unseren Dreiteiler über Gene Roddenberry ans Herz. Gene 1, Gene 2 und Gene 3 findet ihr bei uns. Und da sprechen wir ausführlich darüber, was für Mensch der Gene Roddenberry eigentlich war. Und auch über seine Beziehung. Manchmal sogar ausführlicher, als es mir lieb ist. Ja. Ja, der Roddenberry hat mehr gedingst, als wir Frauen überhaupt kennenlernen werden in unserem Leben. Ja, so ist das. Das ist so, Sebastian. Und dann ist der Roddenberry auch noch a riddle wrapped inside an enigma, wrapped inside a question mark. Wir haben drei Folgen über ihn gemacht. Und trotzdem werden wir den nie ergründen können. Nie ergründen. Nee, nee, nee. Dazu passend, die hinreißende betazoidische Counselor genießt seine gediebenden jugendlichen Qualitäten, ohne sich jemals Hals über Kopf in ihn zu verlieben. Und das ist die Bestätigung hier aus der Bibel. Riker und Troy ist ein Friendship with Benefits. Ja, booty call mäßig. Ruf dir den dann abends an. Und das ist ja tatsächlich auch modern. Schon. Denn es muss halt nicht so sein, dass die Counselor den Bill jetzt gleich heiraten muss, ja, und dass die beiden eine romantische Beziehung ... Nee, da geht es einfach darum, dass sie sich den Bill auch mal schnappt. Dass sie ihn gebraucht, um sich zu befriedigen. Und dem Bill macht es auch Spaß. Und beide sind fein damit. Und jetzt sage ich dir noch was über Roddenberry. Ich habe das Gefühl, bei der Bibel über Next Generation, die er hier geschrieben hat, hat er bei den männlichen Charakteren seine Wunschträume reingeschrieben. Ja. Ja? Ja. Da werden wir auch bei Wesley noch mal drüber zu sprechen haben. Seine Charaktereigenschaften auch, seine gewünschten Charaktereigenschaften. Er hat seine gewünschten eigenen Charaktereigenschaften da reingeschrieben. Und bei den weiblichen Charakteren hat er das da reingeschrieben, was er sich von seinen Partnerinnen wünscht. So ist es. Genau. Du bist eine Riesensache auf der Spur. Und ich glaube das auch. Und es macht ja auch, also ich finde es jetzt auch nicht total abwegig, denn wenn man Charaktere erschafft, auch wenn man Autor ist oder sonst was, dann sind das ja oft auch Teile von einem selbst, die man so nimmt und dann meistens auf elf dreht oder auf 25 in Extremfällen oder so. Oder auch dunkle Seiten, wo man denkt, um Gottes Willen bin ich nicht so. Und dann nimmt man das und macht daraus Charaktere. Und das macht Roddenberry hier. Also das sind seine Charaktereigenschaften. Ja, bin ich mir sicher. Ich finde es halt erstaunlich, dass er so schnell immer beim Sexuellen ist. Und das zeigt, wie weit oben das in seiner Denke ist. Ja, das ist ja auch schön für ihn. Wunderschön für ihn, ja. Und für mich als jemanden, der so einen kühleren Blick auf all diese Dinge hat, ist das auch vielleicht besonders erstaunlich. Weil ich oft das Gefühl habe, dass zwischen mir und Roddenberry da so eine Kluft ist, ja. Der Großappetit-Mann, der sich immer nimmt. So sehe ich den Roddenberry immer. Also ich ... Nee, auch da bin ich leider ein bisschen näher an Roddenberry als du wahrscheinlich. Aber ich nehme mir nicht einfach so. Aber ich ... Ja, also er ist auch eine Spur extremer, glaube ich so. Und das ist ... Wie gesagt, hört euch Gene Roddenberry an, dann erfährt ihr mehr. Ich kann ihn so ein bisschen verstehen in dem, was er macht. Aber er ist ja einfach ... Weißt du, er wird dann immer so verklärt als diese gottgleiche Gestalt, ja. Frei von Schuld und Sünde. Und der wollte doch eigentlich nur, dass alle lieb sind. Kein Geld mehr. Alles ist toll, ja. Alle genug zu fressen und alle gleich. Aber er war halt nicht so. Er war ein ... Er hatte viel hedonistischere Züge als das, was er da immer auch predigt. Also was er predigen und Wein saufen. Das sicherlich zum Teil auch Gene Roddenberry. Und wenn die Charakterbetrachtung, die wir jetzt hier in diesen Folgen machen werden, eins sagt, dann ist das, glaube ich, dass sich so Leute wie Michael Piller und andere und Maurice Hurley, wie sie alle heißen, gesagt haben, so, ist ja schön, was der Roddenberry da alle geschrieben hat, über sich selbst. Und jetzt gucken wir mal, wie das in so einer Serie funktionieren kann und ziehen das mal so über die Zeit glatt auf so ein normales Level. Auf so ein praktikables Serienlevel. Ausgehend von dem, was er da geschrieben hat, aber dann irgendwie die Sinuskurve enger gezogen. Ja. Vielleicht auch deswegen ist es so, dass manche Charaktere in den Hintergrund treten. Ja. Weil die eben diese Sachen nicht mehr so ausleben. Ich meine, der Riker kann ja nicht jede Woche da diese Eigenschaften alle zeigen, die er hier hat. Und wenn man ihn dann runterlevelt, den Riker, auf ein erträgliches Maß oder ein gewöhnliches Maß oder auf ein realistisches Maß, ist er halt auch eine ganze Ecke uninteressanter. Dann kommt etwas, das totaler Quatsch ist und das nur in einer Folge ja vielleicht so ein bisschen Thema ist, aber auch nicht wirklich, weil Riker ja das eigentlich nicht will. Riker hat Probleme, Data als gleichberechtigt anzuerkennen. In Zusammenhang mit Riker zeigt Data Eigenschaften eines weiblichen Grouping-Leads. Er hat das Bedürfnis, von Riker gebraucht zu werden. Jetzt habe ich so einen Hund vom Auge, der immer Rikers Schienbein rammelt. Ja, ich auch. So wirkt das auf mich. Total unangenehm irgendwie. Es gibt im Pilotfilm diese Begegnung mit Riker und Data auf dem Holodeck, diese berühmte, wo Vessi da ins Wasser fällt. Und da merkst du, okay, der Riker versteht, will mehr über den Data herausfinden. Aber danach wird das nie wieder aufgegriffen, dass der Riker den Data anzweifelt. In The Measure of a Man ist er des Teufels Advokat. Aber das macht er ja auch nicht, weil er davon überzeugt ist, sondern weil er überzeugt ist von der Pflicht, dass dieser Prozess fair ist. Oder fair sein muss, um da ein gutes Ergebnis zu finden. Ja. Und deswegen ist Data und überhaupt nicht. Also Riker hat höchsten Respekt vor Data. Ja. Die ganze Serie. Das ist richtig, ja. Und sieht den immer als wichtiges Crewmitglied an. Sieht den nie in Zweifel. Und das wirkt auch auf mich wie so eine Aussage in der Bibel, wo sie gesagt haben, ja, nee, das streichen wir jetzt gleich. Ja. Aber wir behalten uns das mal im Hinterkopf. Und bei Pulaski hat man es dann versucht. Ja. Aber zu Pulaski kommen wir ja später noch mal in einer anderen Folge. Ja. Was zum Casting. Jonathan Frakes ist es geworden. Das wissen wir alle. Er hatte aber durchaus starke Casting-Konkurrenz, Sebastian. Wer war alles dabei? Auch Leute, die wir dann bei Star Trek gesehen haben. Ja, wir nennen jetzt mal nur die Leute, die wir bei Star Trek gesehen haben. Es waren auch viele andere. Ja, das stimmt. Jeffrey Combs aus 7900 Star Trek-Rollen kennen wir den. James Horan, der lange Lulatsch, der zuletzt von der Beverly ein Loch in den Bauch geschossen bekommen hat und demnächst der Future Guy sein wird bei Enterprise. Ja. Dann Bill Campbell. Und zwar nicht Bill Campbell, der den Trilane gespielt hat, sondern der Bill Campbell, der den Okona gespielt hat. Auch so ein Schlitz, so ein Filou wie der Riker. Von daher hätte das vielleicht sogar irgendwie gepasst womöglich. Und der Vaughn Armstrong, der auch 1001 Star Trek-Rolle hatte und der für mich aber zu alt wirkt. Auch wenn der, glaube ich, dasselbe Alter hat wie der Frakes. Frakes musste insgesamt siebenmal vorsprechen, weil man sich nicht entscheiden konnte. Und dann ist er Frakes geworden. Frakes, der ist mir schon vorher aufgefallen in dieser North and South-Verfilmung. Fackelt im Sturm als Stanley Hazard, der ja auch so ein unangenehmer Charakter war. Er war ein Falcon Crest mal kurz. Den kannte man einfach. Also Frakes war irgendwie, den kannte man einfach. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung für Riker. Das ist einfach ein guter Typ. Ja. Und er hat halt immer dieses doch dann leicht Ironische, was seine Figur hat. Auch diese Zipperlein, die seine Figur hat, wie er sich dann immer hinsetzt, wie dieser Trompete und so. Und das ist einfach, der verleiht ihm schon möglichst viel Leben. Diesem ja doch recht langweiligen Charakter dann später. Ja. Wo nicht mehr so viel passiert. Ja. Du hast gesagt, der ist so berühmt von vorher. Ja, für uns, weil wir Fackeln im Sturm kannten. So richtig, richtig, richtig berühmt von den Leuten, über die wir heute sprechen. Weil er war Burton. Ja. Er war Kunta Kintei in Roots. Ja. Und der andere, der super berühmt war vorher, über den reden wir in der nächsten Folge, die sich mit Charakteren auseinandersetzt. Aber kommen wir noch zu. Ja, aber Simon, jetzt hast du schon gesagt hier, der wurde irgendwann mal langweilig. Skizzier doch mal den Weg für mich, den du so findest, den so der Bill Riker in sechseinhalb Staffeln macht und vielleicht auch mit ein paar Episoden angereichert, die du dafür besonders, ja, sprechend hältst. Also der Sunnyboy bei Mistress Beata, so was ist einem natürlich sofort im Kopf geblieben. Ich finde sehr stark seine Rolle in The Best of Both Worlds, wo er dann in die Fußstapfen treten muss von einem Jean-Luc Picard, der Feind ist in dem Moment. Und ich fand die Folge The Outcast unvergesslich. Das ist die Folge, wo der Riker auf diesem Planeten ist und sich in diese anonynen Menschen verliebt. Dann haben wir, den will ich skizzieren, wie er langweilig ist. Ich sag dir jetzt Highlights. Also was heißt langweilig? Er wird ja nicht langweilig, er tritt in den Hintergrund. Die machen nicht mehr so viel mit ihm. Dann haben wir mal so was wie Frame of Mind. So eine, okay, jetzt darf der Frakes mal ein bisschen rumspinnen. Und das macht er halt gut. Also das ist ja dann unterhaltsam, was da passiert. Second Chances habe ich mir aufgeschrieben. Das ist natürlich die, wo dann Thomas Riker auftaucht, der so ein bisschen diesen älteren, den früheren Riker spielt, wenn der sich eben nicht so weiterentwickelt hätte. Und dann eine Folge, du hast es schon gesagt, Pegasus, wo der Riker eben diese Bewunderung, die er dann, oder Bewunderung ist das falsche Wort, diese Loyalität, die er hat, die er findet. In seinem Job muss man loyal sein. Loyalität ist für ihn ein wichtiger Wert. Und wo er das aber dann auch überwindet, wo er dann sagt, nee, wir haben damals Scheiße gebaut. Und ich bin reif. Ich bin reifer geworden. Ich bin weiter geworden. Und ich stehe dazu, dass ich Scheiße gebaut habe. Und ich laufe dir nicht mehr hinterher. Du, du komischer Typ aus Lost. Und du John Locke. Und das sind so die Folgen, an die ich als erstes denke, wenn ich an Riker denke. Aber Rikers Vater noch so ein bisschen. Rikers Vater war eine Folge, die ging über Tische und Bänke. Ist nicht so ganz gelungen. Aber ist auch eine, die man nicht vergessen kann. Nee, kann man nicht vergessen. Weil man da den Riker als auch jemanden sieht, der verletzt ist, der Wunden hat. Und wo kommt das alles eigentlich her? Ja. Jetzt hast du gerade so schön The Pegasus und Second Chances aufgemacht. Das sind die beiden letzten großen Riker-Folgen, die wir gesehen haben. Die ihm was Bedeutsames hinzufügen. Fällt dir was auf? Da geht es immer um seine Vergangenheit. Stimmt. Es geht nie um das, was gerade los ist bei ihm. Der ist aktuell so langweilig, dass er dann interessant ist, wenn man eine Episode über seine längst vergangene Vergangenheit macht. Die haben sich einfach in eine Sackgasse geschrieben. Am Anfang haben sie es aufgeteilt, der Actionheld und der intellektuelle Zurückhaltender. Jetzt ist aber der intellektuelle Zurückhaltender auch der Actionheld. Und dann hast du einen Actionheld, mit dem du nicht mehr so viel machst. Klar wird der langweilig. Ja, aber war das denn vorher so spannend, Simon? Hast du nicht mit den Augen auch gerollt, in der frühen ersten Staffel, wenn der Bill gesagt hat, nee, Käpt'n, sie dürfen die Brücke nicht verlassen. Weil das ist jetzt hier so ein neuer Dings. Vor allen Dingen, ich hatte da auch gerade die Original Series. Den ganzen Sommer über hatte ich TOS geguckt auf Premiere im unverschlüsselten, in der unverschlüsselten Verschenkausstrahlung und hab dann da so dieses Miteinander gehabt, dass der Kirk immer mit dem Spock und mit dem McCoy da runtergebeamt ist. Immer alle Vereine, alle Vereine. Und jetzt steht da dieser Typ und sagt immer, du kommst hier nicht mit. Ja, es nervt schon. Wie gesagt, damals fand ich das irgendwie modern, dass der sich so verhält und auch passend zu diesem ganzen Starfleet-Gedöns, dieser ganzen Vernunft. Und wir gehen alle vernünftig miteinander um und sind alle so professionell miteinander. Und das ist doch schön, dass man nicht immer gleich draufhauen muss. Aber ja, es ist eigentlich nervig. Eigentlich nervt er rum. Eigentlich ist es eine Nervbacke, der Riker. Aber was kann er dafür, wenn sie das so schreiben? Ja, aber so eine sympathische Nervbacke. Eine sympathische Nervbacke. Ich möchte TNG nicht ohne ihn haben. Der gehört für mich dazu. Und ich freue mich trotzdem, wenn ich ihn sehe. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich freue mich jedes Mal, wenn er dumm guckt. Wenn er irgendwas sagt, was wir schon längst wissen. Ich mag den Riker. Und das ist eigentlich alles, was ich zu ihm sagen kann. Und für mich ist das Letzte, was ich zu ihm sagen möchte, The Best of Both Worlds Part 1. Die eine große Riker-Folge, die alles zusammenfasst, was um den Charakter geht. Dieses Ganze, ich kriege ein Schiff angeboten und nehme das nicht an, was ja davor irgendwie vier, fünfmal passiert, passiert hier ein letztes Mal. Und dieses Schiff wird dann zerstört. Bei Wolf 359 im zweiten Teil. Und danach wird ihm auch kein Schiff mehr angeboten. Er muss Käpt'n sein. Er muss sich von seinem Käpt'n emanzipieren. Er muss so tun, als wäre er dann wirklich tot. Er muss das in Betracht ziehen. Er muss das in Erwägung ziehen, als wäre er tot. Und er kriegt gleichzeitig, von der Shelby gesagt, die ein fantastischer Charakter ist, um den Riker wachzurütteln, er kriegt gleichzeitig von ihr den Spiegel vorgehalten. Ja, das ist super. Der fast schon der Bibel, der Roddenberry-Bibel den Spiegel vorhält, indem sie nämlich sagt, guck mal, was du eigentlich sein müsstest und was du für ein Langweiler bist und wo du stehen geblieben bist in der Zeit und was du für Ambitionen und für Ehrgeiz eigentlich haben müsstest. Und ich hab den. Ich, lieber Riker, bin zwar ein bisschen unsympathisch vielleicht, weil ich so eine kratzbürstige Shelby bin, aber ich bin das, was du eigentlich sein solltest. Und sie hilft ihm dann dabei, erwachsen zu werden. Und nach dieser Folge ist er auch gereift und erwachsen. Und fertig. Und nach The Best of Both Worlds, das ist wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt wird, steht der Riker auf diesem Abstellkreis und der ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für mich nur noch dann interessant, wenn man über seine Vergangenheit spricht. Das ist der Schlusspunkt. Ja, das ist der Schlusspunkt. Schade. Aber wenn ihr die definitiv, ich würde dir zustimmen, wenn ihr die definitiv Riker-Folge sehen wollt, schaut euch Best of Both Worlds Part 1 an. Ich will ja nur insofern für ihn Partei ergreifen, dass es immer noch eine Freude macht, ihn zu sehen, aber dass der Charakter eigentlich da tot ist ab dem Punkt. Da musst du schon so diesen Zwilling bringen, diesen Thomas Riker irgendwie, um den noch interessant zu machen. Schwierig. Schwieriger Charakter. Schön, dass er Regie geführt hat. Da war er dann auch besser, tatsächlich. Und Frakes, ein Sympathikus bis hinten gegen. Sympathikus, wahnsinnig cooler Typ. Einer der coolsten Typen eigentlich, die man so kennt aus Star Trek. So, ihr Lieben, das waren die ersten drei. Und ein paar weitere, über die wir noch gesprochen haben. Es wird weitergehen. Es gibt natürlich mehr Charaktere in unserer nächsten Episode von The Way to the Deveron System, unserer großen sechsteiligen Reihe. Das war Teil 2. Teil 3 kommt, aber es dauert ein bisschen. Jetzt solltet ihr erst mal einschalten, nächsten Dienstag, wenn es heißt Vino and Self radioaktiv. Freue ich mich drauf. Da geht es richtig ab. Vor allen Dingen, weil ich die Folge schon fertig geschnitten und produziert habe. Und ich habe viel gelacht beim Schneiden nochmal. Da geht es richtig los. Viel gelacht beim Sprechen damals. Ja, sehr schön. Freue ich mich drauf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das hier gefällt, so Specials, die wir machen, unsere regulären Folgen, trekamdienstag.de slash unterstützen. Da gibt es die Möglichkeit, uns zu unterstützen, wie der Name schon sagt. Da machen wir das auch schön weiter für euch. Und ansonsten, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von den drei Charakteren hält. auf trekamdienstag.de Und auch von Barclay und von den Eintagsfliegen Chefingenieurinnen und Ingenieuren aus der ersten Staffel. Der Chefingenieursband. Ja. Schreibt uns die Kommentare voll. Schreibt sie uns voll. Wir lesen alles. Ihr Lieben, Sebastian, es war toll. Es hat Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe am zweiten Freitag im April. So ist es. Teil drei vom Deveron System kommt dann nämlich. April, April. Der macht, was er will. Und wir wollen The Deveron System und euch. Der Bill, der Bill, der Bill, der macht, was er will. Der macht, was er will. Eine Galaktisch Ausort 2023 Produktion.